So, Adi, jetzt guck dir das mal hier an. Da startet was, das sieht gut aus, dann denke ich mal, wird das jetzt live sein. Ansonsten, keine Ahnung, mache ich hier mal fix noch die Arena. Auf dem Handy, das tue ich mal hier rüber. Was ist das denn jetzt? Jetzt habe ich es falsch herum durchgezogen, jetzt hat sich alles verknotet. Zum Glück ist keiner da, da sieht das wenigstens keiner. So, es ist 18 Uhr. Schön, dass ihr so zahlreiche erschienen seid auf Twitch. Oh mein Gott, die beste Plattform der Welt, deswegen werde ich direkt mal die Codes hier reinschreiben. Für Raids bitte den entsprechenden Code adden und auf Einladung warten. Kangama oder Scaraborn. Das ist ganz wichtig. Mal gucken, wer heute aufpasst oder wer nicht aufpasst, denn es ist zwar Scaraborn das Haupt-Pokémon, aber der Thomas wollte unbedingt Scaraborn übernehmen, jetzt habe ich überall Scaraborn hingeschrieben, Scaraborn Bild, aber ich muss Kangama machen. Da habe ich ja jetzt wieder mal in den, ähm, ins Fettnäpfchen reingekackt und deswegen holen wir uns jetzt den Thomas, damit er nicht so alleine ist. Guck mal hier rein. Hallo Thomas. Moin. Wow, wie hast du es denn hier reingeschafft an den ganzen Menschenmassen vorbei? Das ist ja unglaublich hier, also es wird ja immer wilder. Ich komme immer rein. Ja, ich glaube wir können eigentlich schon wieder aufhören. Wir sind schon fertig, ne? Nein, Spaß. Warum? Ach, Chalellos sitzt hier rum. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was überhaupt die Spotlightstunde ist. Also für alle, die noch blaues Chalellos brauchen, können jetzt gern fangen. Und der Rest... Das ist doch eh unseres. Der Rest? Ja, deswegen unseres. Das sitzt ja auch hier, jetzt sehe ich das da. Gut. Gibt's ja nicht als Shiny. Also uninteressant. Die meisten sagen auch, die Bonbons haben sie eh schon zusammen. Also uninteressant. Deswegen, wer trotzdem ein bisschen die, äh, der Spotlightstunde zocken mag, kann ja Chalellos fangen. Aus dem Rauch vielleicht. Sonst wie und nebenbei immer mal eine Einladung für den Raid mitnehmen. Ich bin drauf und dran, wirklich alle 10 Sekunden die Nachricht zu posten mit den Codes. Und dann gucke ich mal, ob es überhaupt Anfragen gibt. Eine Raid-Anfrage von Shania. Die möchte nämlich einen Kangama machen. Hoffe ich, dass das so passt. Das heißt, wir sind ja eh unabhängig voneinander. Das Karabon hat sie ja von mir gekriegt. Also von daher... Ach, das ist aber schön, dass du den Leuten so hilfst. Mein Gott, Thomas. Was würden wir noch ohne dich tun? Du bist der Beste. Leicht hier überspitzt alle. Ich verschenke halt Shinies. Gestern auch. Eigentlich ist ja eh Dienstag. Und Dienstag heißt, äh, heute wär eh ein neues Gewinnspiel gekommen. Dann hätt ich sogar auch ein Shiny Skarabon ins Gewinnspiel gepackt. Weil ich hab jetzt das männliche und das weibliche, Shiny. Habe aber auf dem kleinen Account noch was drauf. Und auf dem anderen. Und deswegen, die brauch ich ja alle nicht. Hätt ich natürlich auch noch ein Shiny Skarabon verlost. Aber... Gibt ja keine Shiny... Hast du jetzt dein Männliches? Verlosungen. Ja, da gab's... Das tapfere Schneiderlein. Der hat mir eins getradet. Weil er gesagt hat, hier, hab ich jetzt zwei. Kannst du das haben. Und kurz danach hat er das andere auch wieder reinbekommen. Also, Shinaya, möchtest du den Raiderleine machen? Ich muss jetzt mal gucken. Ich kann ja schon anfangen, wie gesagt. Also, Shinaya ist da. Die hat Bock auf, äh, Kangama. Die hat sicherlich ein paar... Die hat sicherlich ein paar Kampf-Pokemon, sodass sie das Kangama klein kriegt. Ich geh einfach mal hier hin. Zu Muchacho. Ist sogar Better Boost. Ich hab schon mal den... Ich hab den Master Gossi, den Killer Boss und Schiffe. Die hauen wir gleich mal rein. Ach, du hast es cool. Ich muss noch warten, aber so dann kann ich vielleicht meine Arena fertig machen. Was haben wir denn hier alles? Wer ist denn überhaupt da? Shinaya ist auf jeden Fall da. Gengar-Fan ist da. Chef ist da. Odakon ist da. Sarina ist da. Master Gossi ist da. Moonlight ist da. Und Shinaya immer noch. 20 Sekunden, dann geht's los. Vielleicht hab ich bis dahin auch nochmal einen anderen. Es tut mir halt leid. Das ist... Auf YouTube wäre das sicherlich anders gelaufen. Auf YouTube hätte ich bestimmt 10 Anfragen und Thomas so um die 100. Und so ist es halt 1 und 10. Also, sind halt ganz andere Zahlen. Da man ja immer noch nicht im Community-Tab überhaupt sagen kann, dass man gerade gesperrt ist und die meisten einfach immer noch nicht wissen, was Phase ist. Immer so jeden Tag vereinzelt Leute kommen. Ramses, lebst du noch? Geht's dir gut? Man hört gar nichts mehr von dir. Was geht denn? Ja, die schreiben in Telegram plötzlich privat an. Oder... Ja, ne. Oder... Weil sie da auch zwar im Fan-Chat da meistens drin sind, aber nicht lesen können. Nö. Du kannst das auch 5 Mal posten, das sieht halt trotzdem keiner. Du kannst das anpinnen, das sieht halt keiner. So, ihr seid jetzt wenigstens 3. Also für Kangama den ersten Code-Adden, dann schmeiß ich euch rein. Kangama gab's ja damals trotzdem aus Eiern zu brüten. Bei einem Event, wo es die Regionalen aus Gen 1 Shiny zu brüten gab. Hat vielleicht nicht jeder mitgemacht das Event oder mitgemacht aber keinen Shiny bekommen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit zu raiden. Ansonsten kann man natürlich auch ein paar XL-Bonbons sammeln, generell Bonbons sammeln oder ein gutes Kangama sammeln. Hat ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Aber ich glaube, Thomas hat heute das meiste zu tun mit Scaraborn. Wie viele Anfragen hast du jetzt gehabt beim Einladen? Drei. Wurde. Wow, da hast ja viel zu tun. Ha-ha-ha-ha. Ja, alles passt doch. 50-50 war's doch eh. 50 Leute, äh, äh, 50% haben gesagt so, 50% haben gesagt so. Und jetzt wissen die, das Kangama wollen wir gar nicht richtig machen. Also müssen die sich erstmal aufs Kangama stützen, die 51er. Ich frag mich eher, wo sind die 30, 40 Leute, die abgestimmt haben, ne? Ja, die wissen nicht, wo das stattfindet. Die gucken und warten drauf, dass der YouTube-Stream losgeht. Ganz normal halt, wie immer. Ja, genau. Hannes ist am Start. Hannes, ich habe übrigens die 5 Euro vom Joker, vom K-Joker bekommen. Dankeschön. War ein feiner Schachzug von dir. Der K-Joker hat ja den ganzen Tag auch wieder Raids gemacht, sich einladen lassen und hat gesagt, derjenige, derjenige, bei dem das Shiny kommt, der kriegt 5 Euro Google Playguthaben. Durch Hannes seine Einladung kam es dann und Hannes hat gesagt, er soll die 5 Euro mir geben. Tja, Thomas, du verpasst halt alles, wenn du nicht in der Hibo-Gruppe bist. Ich muss mir aber auch den Stress nicht machen und da andere nur einladen, damit sie ihre Raids haben, weißt du? Ich will ja auch selber ganz entspannt auch mal spielen. Ja, im Endeffekt ist es momentan ja eh so, dass Hannes und Genaya im Prinzip die Gruppe übernommen haben. Ja, das weiß ich schon. Und den ganzen Tag einfach da ihr Ding machen. So. Bei Sarina, Sarina, schaffst du das auch alleine? Ich lade dich mal ein. Oder wie sieht es denn hier aus bei den zwei? Sarina würde ich 85, ich probiere es mal, wenn ich die Sarina hier reinschmeiße, ob die das hier noch schafft. Dann macht die nämlich mit denen hier zusammen. Und wenn sie nicht reinkommen, ich kann dann alle vier nehmen, zur nächsten Arena und an der nächsten Arena wieder einladen, solange ich keine neuen Anfragen habe, kann ich die ja so immer mitnehmen. Muss halt dazwischen immer ganz kurz warten. So, was wollte ich hier machen? Eigentlich wollte ich hier die Arena drehen, aber irgendwie geht das nicht. Ja. Sarina ist drin. Ja, Markus ist ja ganz normal. Shiny gibt es nicht auf sofort. Ne? Da musst du schon ein bisschen was dafür machen. No. Da musst du dafür. Shiny musst du spenden, dann kommt das. Ansonsten gibt es nur normale. Richtig. Ne, alles gut. 760 goldene Himibären. Da kann man doch sicherlich mal 700 wegschmeißen. Oh, Tobi ist wieder da. Ja, 700 weg. Brauchen wir eh nicht. Wie, Tobi. Ach, der Heisel ist da. Super. Kann man den jetzt hier zum Moderator machen? Oder wie läuft da der Hase? Da musst du den Namen kopieren und unten wieder Schrägstrich Mod oder so schreiben, weil wenn ich den nicht kopiere, dann kann ich den nicht schreiben. Der hat so einen komplizierten Namen. Well, du kannst doch mit Add dann einfügen. Weiß ich nicht. Ich kenne mich doch hier nicht aus. So, Mod. Und dann ist das aber auch noch Username. Okay. Kann ich das mit Add einfügen, ja? Die Frage ist, wie... Ah, siehste, ich kann nicht mal ein Add-Zeichen machen. Ah, Add. Und Add steht nichts da. Gut. Muss ich das anfangen zu schreiben? Nö, zeigt es mir nichts an. Also mache ich es so. Und jetzt muss ich Tach noch wegmachen und den Doppelpunkt. Jetzt habe ich es hier. Und jetzt, wenn ich es jetzt losschicke, ungültiger Benutzername. Ja, ich raff es nicht. Wie habe ich es letztes Mal gemacht? Letztes habe ich es doch genauso gemacht. Heise? Also, ich gebe Add erst den Namen einfach nur ein. Weißt du, den Rest kann ich ja da vorschreiben. Gib mal nur Add und dann H, dann kannst du es hier anklicken und dann steht der ganze Name da. Dann gehst du einfach vor, dann machst du das Add weg und Schrägstrich Mod. Schrägstrich Mod. Aber ein Leerzeichen dazwischen. Und die Spitzenklammern müssen hin oder nicht? Oder waren die Spitzenklammern nur so? Jetzt zeigt es mir nichts Böses an. Ich glaube, jetzt ging es. Also, die Spitzenklammern waren nur so als ob und die musste man gar nicht schreiben. Das muss man auch erst mal wissen. Das ist ja hier... Kann man ja so gar nicht... Ja, das ist Twitch. Woanders drückst du einfach auf den Namen und sagst hier, du bist der Boss und das war's. Man, ich kriege überhaupt gar nichts mit hier. Der erste Raid ist bestimmt schon durch. Das heißt, wir können uns den zweiten suchen. Dahin laden einfach alle ein. Mal gucken, ob Sarina... Die wird noch am Kämpfen sein. Vielleicht habe ich noch einen fünften dabei. Nee. Okay. Hab wieder nur vier. Der dauert jetzt hier... Das Kämpfen müsste ja schnell gehen. Ich hab Kei Joker und Chef, ne? Hat der Kei Joker immer noch kein Shiny? Eigentlich schon, aber... Der... Ich weiß nicht, was er jetzt... Ach, egal. Der braucht noch Bonbons für seinen... Für seinen Teil. Da kann ich ja auch eine offene Gruppe machen. Wenn hier eh nichts losgeht, dann lade ich dieselben einfach noch mal ein. Und wer halt da rein möchte, der geht halt rein. Und wer nicht, der halt nicht. Sind ja eh nur vier Leute. Andréka ist auch da. So. Wo sind die Codes? Genau. Kann ich gar nicht mehr machen. Hab ich schon wieder was anderes kopiert. Ja, du machst es. Ich mach das auch. Guck. Zack. Weil doppelt hält besser. So. Oh mein Gott. Vier Leute. Ich glaub, das ist ein neuer Rekord. Mit alt... Oben kannst du die neuesten Nachrichten dieses Nutzers auswählen. Warum? Warum sollte ich das tun? Ah, Twitch. Twitch redet mit mir. Zwischendurch. So. Von sich aus. Einfach. Das soll mich mal in Ruhe lassen. Ja. Das will mir so imponieren. Und sagen, guck mal, was wir alles können. Und ich sag, interessiert mich nicht. Ich bin froh, wenn ich hier wieder weg bin. Hubsi hat grad gesagt, Prime macht auch grad eine Auszeit von Twitch. Dass er jetzt vier Wochen Urlaub hat und deswegen nicht auf Twitch streamt momentan. Obwohl das ja... Oh. Der zweitgrößte Streamer auf Twitch ist. Nein, aber der war eigentlich, glaub ich, wirklich jeden Tag da aktiv. Und Twitch ist halt jetzt sein Ding geworden. Früher war der halt auch einfach YouTube-mäßig unterwegs für seine Musik. Aber mittlerweile, Twitch ist jetzt sein neues Zuhause geworden. Lädt aber natürlich die ganzen einzelnen Reaktionen, die er so macht. Auch auf seinen YouTube-Kanal. Aber... Boah, das ist so viel. Da blickst du gar nicht durch hier. Shania ist drin, sonst ist keiner drin. Weil der andere, das ist ein Fremder. Also wird's wieder nix mit dem Solo-Raid. Bei den anderen, tja... Ah, Blood and Tears. Doch, ist jetzt noch fix mit reingekommen. Aber wie gesagt, wenn die nur einen machen wollten und dann nicht mehr, ist ja okay. Können die ja so machen. Oder wenn die... Jetzt alle einen Schein, die bekommen haben und deswegen fertig sind, kann ja auch sein. Weiß man ja alles nicht. Ich suche mir dann schon wieder die nächste Arena, beziehungsweise guck mal, ob ich noch eine Anfrage jetzt hab. Nö, gut. Kann Gama, der Boss. Kann man ja wirklich warten, bis der nächste Raid aufgeht. Thomas, wollen wir nicht doch lieber am Donnerstag streamen und heute nicht? Du streamst doch eh schon, also von daher. Ja, oh, Henry, Niki hat Anfrage geschickt. Richtig heftig. Die nehm ich jetzt mal hier an. Jetzt hab ich fünf. Und wenn noch einer kommt, muss ich unbedingt jemanden rausschmeißen von denen dann. Ich warte aber kurz auf die Genaya. Solange versuche ich hier meinen restlichen Dings noch zu setzen und dann packe ich alle fünf in den rein. Es ist ein bisschen chaotisch heute. Wirkt zumindest so. Aber was soll man machen, ne? Was ist denn das immerzu? Steht es jetzt wirklich alle fünf Sekunden da? Ne, ich muss es hier wegdrücken, dann sehe ich es nicht mehr. Sonst wäre das jetzt nie wieder weggegangen. Das hätte mich jetzt verfolgt bis ans Lebensende. Der Vorteil an Twitch ist auch, dass es jeden Username nur einmal geben kann. Nicht so wie auf YouTube. Könnt ihr dir Master Gossi nochmal einladen, bitte? Wollte ich mal so in den Raum werfen. Wenn der Master Gossi nochmal edit, kann der Master Gossi auch nochmal eingeladen werden. Also Gossi, schick nochmal eine Anfrage. Weil wer eingeladen wurde, wird von der Liste gelöscht. Wer dann nochmal weiterreden möchte, muss wieder eine Anfrage stellen. Hast du so viele Anfragen, dass du die immer zur Hunde nehmen musst? Ja, da wird es sogar, wenn du halt jemanden einlädst, der dich anschreibt erst, weil er ja nicht ätten kann. Du ihm dann eine Anfrage schickst, er annimmt, er eingeladen wird und dann nicht reingeht, ist es halt auch lustig, ne? Das ist ja kompliziert. Das macht ihr denn schon wieder. Leute, Leute. Ja, ne? Aber jetzt weiß er ja, wenn er nochmal will, kann er ja dann nochmal ätten. Jetzt kann er ja ätten, also hat er dann kein Problem. Und gut ist, ne? Ja gut, Missio Heisel, aber das Ding war, das war zwar, ja, das war ein Fager, aber der hat ja auch Ramses der Dicke mit CK geschrieben. Und das ist ja dann sozusagen ein neuer Name. Und wenn jetzt hier da steht, heise, I-R-L und ich schreibe heisel, R-L hin, da würde das ja auch funktionieren, aber es sieht fast gleich aus. Oder dann, Jennifer ist fertig. Ja, ich wollte eh draufdrücken jetzt. Oder dann der andere kam und hat das halt, ja. Ich hab Master Gossi, Otakon und Lady Gaga. Ja, du musst vorlesen, genau. Ich muss gar nicht vorlesen, die sehen ja, wenn ich einlade, und die sehen ja eh alles dieselben. Schenaya ist fertig und putzt sich ab. Sehr schön. Aber mein YouTube-Account heißt ja wie der davor, eins zu eins. Ja, also ich verstehe es auch nicht, wie man, na gut, das ist ja egal. Siehst du ja, Google, Google ist alles. Da kommt einer und nennt sich einfach Ramon Haste fertig. Schon denkt jeder, das bin ich. Da kann ich mich jetzt auch einfach Thomas nennen und dann war's das. Da kann ich ein Thomas sein Leben auf den Kopf stellen, indem ich irgendwelche Restaurants in Gera bewerte. Ich bin Thomas Rote und hier riecht's nach Scheiße und dann alle, der kriegt Hausverbot, wenn er nochmal hier auftaucht. Na, warte. Das ist eigentlich ziemlich behindert, dass das einfach so funktioniert. Und man da irgendwie keinen Nachweis oder so. Am besten, wenn man sich einen Account macht, gleich Ausweiskopie hinschicken und dann wird das erst genehmigt, dass wirklich immer hinter jedem Google-Konto eine reale Person stehen muss, dass wenn jemand Mist macht, man genau weiß, wer das war und auf wen es zurückzuführen ist. Nicht die Anonymität im Internet nutzen. So, jetzt habe ich hier nur noch acht Hyperbälle und sonst gar nichts mehr. Das sieht gut aus. Mh, 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 ich bin auch jetzt hier fertig mit Sätzen. Fünf, ja, fünf dürfte passen und hier gehe ich wieder raus. Henry, Nicky, Shania, yo, die sind beide dabei und der Rest ist nicht dabei. Aber egal. Ist der Rest wirklich schon fertig? Okay, Joker. Das heißt, ich muss jetzt einen von den anderen löschen, lade Henry, Nicky und Shania dann wieder ein. Wen nehmen wir denn raus? Mr. Cool, Zocker, Mr. Cool, 34, Zocker, 36, das heißt, wir nehmen Mr. Cool raus. Ich nehme den immer mit dem niedrigsten Level von denen. Nehmen den Kjoga rein. Suchen wir schon mal eine neue Arena. So macht das doch Spaß, oder? Ohne Stress, ohne Perspektive, ohne Zukunft. Ich habe jetzt schon mal einen Dreh, warum Gusi darin? 18, 19, auch wieder mit Wetterboost. Das ist sehr schön, dass der wenigstens Wetterboost hat. Da habt ihr gleich ein dickes Mammut am Start. Jetzt warte mal kurz wieder ab, damit ihr das Teil plätten und fangen. Also bei 44 würde ich einladen, noch 30 Sekunden, dann ist ja eh zwei Minuten Lobbyzeit. Dürfte sich, glaube ich, so ausgehen. Grishan ist auch am Start, sehe ich. Was ist das hier? Nichts. Was ist das? Auch nichts. Weißt du, dass der Adi richtig bekloppt ist? Ich wollte mich vorhin kurz ein bisschen ausruhen, habe im Bett aber noch ein bisschen GWL gezockt. Da hat es schon wieder in der Küche rumgeraschelt. Bin ich hin, da war er auf der Seite bei dem Regal, wo die ganzen Süßigkeiten gestapelt sind, die ganzen Tüten und Kekse und Chips und Schokolade und alles, weil immer, wenn ich irgendwas kriege per Post, ich schmeiße alles da in die Ecke. Da ist er auf diesem Haufen rumgeklettert fröhlich, habe eine Runde, habe ich wieder hingelegt. Plötzlich raschelt es wieder, ich komme rein. Da liegt die Tüte Currywurst Chips von 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 Lorenz Lorenz? Von irgendwas, keine Ahnung. Liegen die Currywurst Chips auf jeden Fall auf dem Boden. Die Tüte ist aufgerissen und der frisst fröhlich in der Tüte rum. Musste ich wieder einen Müllsack drüber packen. Musste Musste die in den Schrank tun. Also, weiß ich nicht. Jetzt sind die natürlich auf. Jetzt muss ich die essen. Dabei wollte ich die gar nicht essen. Ich weiß nicht mal mehr, wo die her waren. Gab es bestimmt noch zum Geburtstag oder so. Was will der Adi mit Currywurst Chips? Ne, ja. Die riechen halt nach Wurst, ne? Durch die Tüte durch. Ja. Wenn ich an der Tüte rieche, dann rieche ich einfach nur mich selber, sozusagen. So, jetzt habe ich noch den Schiff und den Master. Das reflektiert dann und dann kommt er so zurück. So, ich habe privat eingeladen und mache es auf. Haha, damit hat keiner gerechnet, damit es sich füllt. So, was haben wir denn hier? Hallo Pizza! Und heute schon was gegessen? Kjoga ist drin. Schafft er das alleine? Wir wissen es nicht. Das werden wir sehen, wenn er dann schreibt, ey, mein Pass ist weg. Vielleicht kriegt er gleich, oh, fünf Leute. Was ist denn jetzt hier los? Und Schenaia und Henry Nicky und Blood and Tears. Das ist aber schön. Da wisst ihr auch, wer Bock hat auf Raids. Das heißt, als nächstes könnte ich den Zocker rausnehmen, falls ich eine neue Anfrage bekomme. Ich war noch am Fang. Kein Problem. Hey, das wäre auch ein cooler Name für ein Lokal. Pizza Hey oder Hey Pizza. Ich glaube, Hey Pizza gibt es sogar. Dann eher Hey Pizza. Warte mal. Aber es gab ja, es gab ja Hallo Pizza bei uns. Gibt es aber nicht mehr. Guck mal. Ist jetzt Dominos. Hey Pizza. In Cottbus. Tja. Ja gut. Kannst ja trotzdem bei dir auch Hey Pizza ausmachen. Hey yo Pizza. In welcher Stadt gibt es auch kein City Pizza oder sowas. Das ist bestimmt ein eingefragener Begriff. So weißt du. Also du kannst ja nicht einfach was anderes machen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ist kein Neuer dazugekommen. Das heißt, ich ziehe mal weiter zum nächsten. Schwöre auf YouTube, wäre das voll der Durchbruch hier mit dem Kanal. Und auf Twitch so Hey, die zocken gar kein Minecraft. Also da gucken wir gar nicht rein. 6,24. Das ist gut. Da muss ich eh wieder warten. Ist auch wieder mit Wetterboost. Stellen wir uns da hin. Packen euch dann da wieder rein. So. Hab heute auch meinen letzten Glücksfreund weggemacht. Das war wieder Wodka Hondas. Der habe ich fix ein FM gefangen. Sie wollte noch ein gutes FM haben. Ich habe einen Riolo genommen, weil ich gerade auf Riolo Hunderter suche bin. Dadurch, dass das Palkia ja jetzt schon Hunderter da ist. nix. 12,14,12 oder irgendwas. Au. Du warst ein Hunderter? Riolo, Lucario, irgendwas? Schreilich. Gebrütet. Na, freilich. Aber die kann man aktuell nicht brüten, oder? Oder gibt es die im Zehner? Ne, ich glaube, na ja, Zehner im Durchbruch, oder? Ne, ein Zehneri von der Montagsbelohnung. Und Mary, Mary Lady ist da. Mary, du sollst nicht lügen. Ja, wundert mich, wie die schreiben kann. Ich dachte, die tun da immer alles abtasten und alles wegnehmen, dass du einfach keinen Kontakt mehr hast zur Außenwelt, aber True Corps waren gerade vor Ort bei uns. so, jetzt habe ich schon mal der Wanderer und André Kavila. Ich weiß nicht, auf was für komische Spiele ihr steht, so. Da werden extra die, da werden die Polizeistripper angerufen. zwei Bier und bei dir haben sie sich da mitgenommen. Okay. Jetzt wissen wir Bescheid. Naja, die True, die Cops waren gerade da und sind aus der Torte gesprungen und haben getanzt und ey, yo, yo, wilde Party, was geht ab. Achso, ich muss mal gucken, habe ich jetzt noch eine neue Anfrage, wenn der Raid aufgeht? Das wäre wichtig. Nein, habe ich nicht. Gut, dann können wir es ja jetzt aufmachen. Mary durfte sogar Obst mit in ihre Zelle nehmen. großer Scheiß. Ja, das ist doch schön. Solange sie keine vertrockneten Pflaumen dahin macht, also, so Rosinen oder so. Ich habe es zwischen meine Rosinen gesteckt. Lecker. Machst du auch Palkia? Rögt nicht. Am Wochenende haben wir Palkia gemacht. Das ist immer so das Gängige, so, dass in der Woche immer so andere Raids oder Mega Raids oder halt gerade sowas, weil das cool ist und am Wochenende meistens Legendäre. Also, wer auf YouTube immer dabei war, da ging es immer richtig gut ab. Twitch, wie gesagt, ist gerade nur zwei Wochen ausweichen, weil YouTube gerade gesperrt ist, deswegen sind wir jetzt gerade hier kurz, aber Palkia wäre, wenn, dann erst wieder ein Kandidat fürs Wochenende, aber am Wochenende ist ja auch der C-Day. Jetzt weiß ich nicht, ich habe gar keinen Bock auf C-Day, werde Samstag auch nicht streamen, da werde ich nochmal mit nach Meiningen gehen. Sonntag habe ich auch keinen Bock auf C-Day, da hätte ich Zeit für nochmal Palkia Raids, aber beim letzten Mal war es ziemlich ruhig und wenn der Thomas den C-Day spielt, dann gibt es keine Palkia Raids. Wenn aber am Sonntag der Thomas sagt, ach komm, scheiße auf den C-Day, wir machen Palkia Raids, labern ein bisschen, könnte man am Sonntag nochmal Palkia machen von 11 bis 15 Uhr oder so. Können wir hier machen. Ja, seht ihr, da ist es nicht so ruhig und so langweilig. Der Thomas hat auch keinen Bock auf Evoli, der holt sich alles am Samstag und dann ist er Sonntag fertig, so sieht es aus. Das ist ja auch easy, du brauchst ja wirklich nur einen Tag, weil du brauchst ja Psyana, nach Tara kannst du einfach so entwickeln, du musst nur dann gucken, wie ist es im Spiel, ob es hell oder dunkel ist, da kannst du es entwickeln. Und für Feli Nara hast du ja auch dann nur noch sieben Herzen, die du brauchst, die machst du auch locker einen Tag. Also, ich sehe das relativ entspannt jetzt. Ich weiß ja nicht, was es, also, um was es bei euch geht mit, das schafft man an einem Tag. Ich meine, normalerweise, manche haben gesagt, der C-Day fängt 11 Uhr an, 12 Uhr habe ich meine Shiny-Familie voll, bin fertig mit dem C-Day. Andere sagen, wenn der C-Day von 11 bis 17 Uhr ist, dann spiele ich auch 11 bis 17 Uhr. Und wenn der nächsten Tag auch 11 bis 17 Uhr ist, dann spiele ich da auch 11 bis 17 Uhr, weil einfach C-Day ist. Unabhängig davon, wie viele Shinys ich habe oder wie viele Bonbons oder wie viele sonst was, keine Ahnung, deswegen, das schafft man an einem Tag, ist, da gibt es ja eigentlich nichts zu schaffen. Doch, dass man jedes Shiny nochmal entwickelt mit der Spezialattage, die es dann in dem Moment hat. Richtig. Als 100er Shiny. So muss es dann so sein. Als nach Tara wird es sich sogar richtig krank für die GBL lohnen. So, Sarina hat sich abgemeldet, ja, keine Pässe mehr. Das heißt, ich packe die Sarina mal raus und nehme kurz mal die eine neue Anfrage an von chefe24.de, klingt immer noch wie eine Internetseite, tu dann die gleich hier rein. Officer K-Joker schafft jetzt nochmal reinzukommen mit dem Gossi zusammen. Ich habe schon einen 100% Felinara. Ich auch auf Level 50. Beziehungsweise habe ich ja letztens bei Maxout Monday ein Video gemacht, wo ich alle Evoli-Entwicklungen mit 100% auf Level 50 gepusht habe und deswegen bräuchte ich noch nicht mal mehr XL-Bombombs diesmal, weil es ja eh nicht weitergeht, aber man kann ja trotzdem Samstag ein bisschen nebenbei was machen und Sonntag dann einfach nochmal Raids für Zuschauer, auch wenn es halt wieder sehr ruhig und entspannt wird. So, bei 42 würde ich wahrscheinlich die nächste Lobby aufmachen, diesmal auch mit ähm mit dem Chefe. Macht K-Joker jetzt bei euch beiden mit gleichzeitig wahrscheinlich. Ja. Geht immer da rein, nehmt bei dem anderen das andere an, dann fängt er da nicht, macht er es erst fertig, fängt da, wartet fünf Minuten, fängt dann da und dann tschu. Falls ich angenommen werde, mich nicht etten, facht, wir machen Palkia, facht, facht. Karl, wen hast du denn geedit? Mich nicht, hä? Also ein Thomas, tja, da muss der Thomas sich drum kümmern. Wie kommt man aber auf Palkia? Ich meine, was ist denn hier in der Mitte vom Bildschirm zu sehen? Dieses komische, blaue, käferartige, Wesen, mit diesen, äh, Goldbier-farbigen Augen. Ist das etwa ein Palkia? Nein! Wie heißt der Titel von dem Stream? Palkia! Shiny Scaraborn und Kangama-Rates für Zuschauer. Steht da etwa Palkia? Nein! Ja, die Leute, die denken immer. Ich hab schon mal einen Träger, einen Tobi und eine, ja, ja, genau. Ich hab mein Einsatz verpasst. Ja, definitiv, ne? Wollt aber bei 42 einladen, jetzt ist schon wieder drüber. Das Palkia hat mich abgelenkt. So, weiter geht's. Ja, Karl, aber das ist irgendwie immer so. Auch wenn, wenn die Spotlight-Stunde ist, man schreibt ganz groß oben hin, Shiny, Natu, Spotlight, Stunde. Dann fragen die Leute, welches Pokémon ist denn heute in der Spotlight-Stunde? Das fragen die in dem Stream, wo es im Titel steht, wo das Bild von dem Vieh da ist und wo das Vieh schon überall sitzt. Dann fragen die trotzdem, welches Pokémon heute eigentlich in der Spotlight-Stunde ist. Manchmal machen die das bestimmt nur so aus Spaß. Das ist bestimmt nur Rumgetrolle oft und die meinen das gar nicht ernst. Nein! Aber siehst du, Thomas hat sich doch gelohnt. Stell dir mal vor, wir hätten nur Scaraborn, dann hättest du eineinhalb Anfragen und ich auch. Und so hast du drei und ich auch drei pro Arena-Gefühl. Dann passt das ja wieder. Wo sind die jetzt da drin? Ich hab gar nicht geguckt. App ist einfach ausgegangen, ob schon jemand in der Lobby war. Henry, Nicky, Genaya, Schäfe. Das sieht gut aus. Ja, dann können die in Ruhe reden. Ich habe nur im Discord geschaut, habe schnell im Discord geedit. Wer hat in deinem Discord schon wieder Werbung gemacht? Paula, warst du's? Das finde ich aber nett. Ich weiß. Aber es bringt halt... Ich weiß ja noch nicht mal, wo er im Discord geedit hat. Bestimmt im Trash Talk. Steht einfach drin, wer auf Trash steht, der guckt jetzt auf Twitch. Da wird genug, genügend Mist geredet. Trash. Am 7.8. haben wir was gemacht. Okay. Da habe ich bestimmt auch was gemacht an dem Tag. Also ich finde jetzt nichts, was darauf schließt. Oh, Matthias Schack hat geedit. Das heißt, wir können jetzt den Zocker rauswerfen, weil der die letzten Runden nicht mehr reinkam. Haben Schäfe, Henry, Joker, Matthias Schack, Genaya. Schack, Genaya. Das ist bestimmt ein Franzose. In. Französe in. So. Haben wir noch Wetterbooster. Ja, Iglesia. 33. Geht auch gleich auf. Tja, dein komisches, blödes Scaraborn ist nicht wettergeboostet. Außer du bist in einem anderen Land, wo es vielleicht geboostet ist. Aber hier sieht es schleppend aus. Da müsste es geregnerisch sein oder halt bedeckt. Nee, nee, bewölkt. Beides ist es gerade nicht. Am 7.8. Eine Ankündigung, dass ich stream. Ihr habt aber am 7.8. sicherlich nicht den heutigen Tag angekündigt, oder? Da ging das bestimmt um die Palkia Raids. Was ist denn heute? Dienstag? Dann waren 9. der Montag? Dann war 8. Der Sonntag? Also war 7. der Samstag. Samstag angekündigt, dass am Sonntag dann Palkia gemacht wird. So, bei 44 gehe ich rein und lade wieder ein. Dann gönnt sich ja sonst nichts. Ich kann ja mal hier das noch ein bisschen größer machen. So, mich noch ein bisschen präsenter hier reinhängen, damit mal dieses gefährliche Horn nicht sieht. Den gefährlichen Zinken von dem komischen Vieh. 6 mache ich noch, dann kannst du hier macht 7. 7 Skara 6. Da kommt jetzt der Countdown, der große. 1, 3, 4, 5. Ich stelle es trotzdem mal auf öffentlich, direkt danach. Ich denke mal, die Lobby, wo jetzt Leute drin waren, die wird eh nicht voll. Und deswegen wird auch hier kein Fremder mit reinkommen, gefühlt. Wenn schon eine andere da war. Ach man, man ist es gar nicht gewohnt, gewohnt, dass es so ruhig ist. Übrigens gibt es eine neue Booster-Sorte. Ich habe heute im Netto entdeckt. Booster, Berry Kiss, Strawberry Cream. Also wie so Campino Bonbons. So eine schöne Erdbeersahne-Note. Sieht auch schön zart rosa aus beim Einschenken. Jetzt habe ich Master Grossi, Andrejka und den Turbi. Alter, es sind alle drin. Kate Joker nicht mehr dabei. Den hast du jetzt? Genau, Shania, Joker, Henry, Chef, Matthias Schack, alle sind am Start. Und Reizen ist auch am Start. X reizen und ist wieder raus. Oh, das war ihm einfach zu reizen. Ah, der hat bestimmt gedacht, ah scheiße, wenn ich da drin bin und der Stream das, dann sieht Niantic meinen Namen und band mich geh schnell wieder raus. Mach wieder privat. Möchte nicht, dass mein Name da im Stream erschein. Kann ja auch zu euch in den Discord kommen und rumschreien, wenn es dir zu ruhig ist. Tu dir keinen Zwang an, wenn du das möchtest, dann schrei so laut du kannst. Wie gesagt, wir sind auf Twitch. Da ist mir eigentlich eh alles egal. Du kannst auch im Hintergrund ein Porno drauf machen und machen so ein bisschen Rumgestöne da rein. Was ist denn? Wir haben auch noch Kinder, die hier zuschauen, ne? Vielleicht hat sich die Frau ja irgendwo an der... Ist an einem Nagel hängen geblieben und jetzt tut der Fuß weh. Das muss ja nichts heißen. Mann, Mann, Mann. Oh, da sehe ich mich. Ja, okay. Ein bisschen Kontonance, bitte. Oh, Anfrage erhalten. Der Wanderer. Schafft es der Wanderer alleine? Ich habe die Unterkommnung Lady Gaga. Theoretisch sollte der es schaffen. Ich weiß nicht, wie gut der Wanderer ist. Ich kenne den Account. Der sollte es theoretisch schaffen. 43. Der Wanderer, wenn du uns hören kannst, heb mal die Hand. Ja, das sehe ich doch nicht. Heb mal die andere. Die sehe ich doch auch jetzt nicht. Heb mal beide. Halb. Er sollte es schaffen. Und wenn nicht? Ich weiß, ich weiß, was der Account hat. Du hast gut auf Thomas' Verantwortung. Mach der Wanderer den jetzt alleine. So. Der Wanderer. Ich weiß, was der Account hat beziehungsweise hat er. Je nachdem. Er hatte. Vielleicht hat er es ja verschickt für XL-Bombombs. Oh, Level 50. Mach um Ei. Wenn ich das weghau, kriege ich bestimmt ein XL, weil das hat ein hohes Level. Yeah, hat geklappt. Man sollte sich nicht darüber lustig machen. Ich meine, ich habe auch noch einen freien Raidpass, aber ich kann nicht mitmachen, weil ich habe vorher erst Arinen gemacht. Deswegen hat er Account Cooldown. Habe ich... Hä? Shure Scout? Was will der denn? Nur weil er rote ist, oder was? Ah, der hat das Pikachu gesehen, links, und jetzt freut er sich. Und spielt dann seine... Ja, okay. Geht mal alle da reingemacht. Euer Ding, ne? Bin durch für heute. Henry Nicky. Na, das passt doch. Da kann ich ja jetzt den Henry Nicky. Was heißt außerdem durch? Hast du jetzt einen Shiny bekommen, was gut ist, oder hast du keine Pässe mehr oder keine Lust mehr oder keine Zeit mehr? Würde mich natürlich jetzt, wäre... Alles in einem. ...toll, wenn du jetzt das 100er Shiny mit 300 XL-Bombombs gefangen hättest? Wie du... damit hast du nicht eingeladen, ne? Nö. Keine Anfrage. Weil ich... Weil ich hab ihn eingeladen und er geht wieder nicht rein. Ja, er sucht Freunde. Aber ich hab wieder den Kate Joker. Keine Bässe. Ob der Kate... Ob der Kate Joker den alleine schafft? Ja, gell? Weiß ich nicht. Der hat doppelt Flugschwäche. Also, während Scaraborn nicht Solo schafft, ne? Der macht was verkehrt. Der hat eine doppelt Flugschwäche. Dann kannst du noch mit Feuer richtig angreifen. Also, ist schon gut machbar. Hallo, Pepsi. Du bist doch ein bestimmter Bruder vom Pfeffi, oder? Ich nehm immer 6er Mewtwo. Und Pepsi ist der Bruder von Coca. Aber Coca ist der Bruder von Hero. Und so geht's immer weiter. Also, das ist viel zu kompliziert. Riloysola. Und Hero ist der Bruder von Pep, oder? Ja. Und da sind wir wieder bei Pepsi und Pfeffi angelangt. So, Kate Joker ist drinnen. Der packt den. Dann warte ich ganz kurz bis der jetzt mit der fertig ist. Und der Kate Joker vielleicht auch fertig ist. Weil so kann nämlich dann der Wanderer und der Kate Joker zusammen mit Genaya und dem Rest hier wieder machen. Also, bei 35 würde ich vielleicht rein und würde da mitmachen. Ach, mitmachen. Einladen und gucken, was passiert. Brauche die Besse für morgen. Ja, morgen ist natürlich ein wichtiger Tag. Morgen gibt es die Raidmania. Da freue ich mich schon drauf, weil die Leute, die einladen, sind ja meistens eh nicht im Stream dabei. Die sind ja eh unterwegs. Das heißt, das kann man ruhig auf Twitch machen. Hier sitzen und die ganze Zeit einfach nur die Einladungen annehmen. Von den Leuten, die unterwegs sind. Das geht ja sogar auch ohne Stream. Dann habe ich einen Träger, Lady Gaga, Master, Otacon und den Heiser. Dann habe ich fünf. So, dann muss ich die aber alle raushauen, alle fünf, weil ich habe schon wieder mehr Anfragen. Also müssen die danach wieder idden. Das wird bei mir sehr unübersichtlich. Das ist ja genau dasselbe, wie ich als ich nicht streamen durfte sonst und habe mich hingesetzt und habe einfach nur in OBS Aufnahme gedrückt und habe eine Stunde hier gesessen und habe gesagt, oh, Dings hat eingeladen, wird nichts, aber der, der ist drin, da schaffe ich es. Jetzt mache ich hier so, da habe ich auch nicht gestreamt, aber ich konnte eine Stunde mich selbst unterhalten mit den ganzen Anfragen, die kamen und den Einladungen und den Punkten und ob wir es schaffen oder nicht. Also da brauchst du nicht mal einen Stream dafür. Trotzdem machen wir mittwochs immer einen. Weil man ja eigentlich den Abschlussrate dann auch am Ende immer macht und da würden die Leute sich ja freuen, wenn sie dabei sind. So. Ist nur auf Twitch ein bisschen schwer mit dem Abschlussrate, wenn man keine Leute hat, die im Chat dabei sind. Oder, sonst gab es da vier, fünf Abschlussrates und beim letzten Mal war es schon schwer, überhaupt einen zusammenzukriegen. Noch eins garer bohren. Das war es dann, Schäfe. Dankeschön für das Shiny heute im Raid. Ja, gerne. Henry Niki hat ja auch den Sprung in die WhatsApp-Gruppe geschafft. Deswegen weiß er auch jeden Tag, wenn ich meinen täglichen Raid-Pass mache und dann immer zu Arena wandere, dann müssen immer alle warten, dass ich endlich da drin bin. Den K. Joe, Schäfe und Speedy. Was? Speedy? Speedy Gonzales. Wir haben übrigens angefangen jetzt WWE Smackdown 2K20 zu zocken auf der Playstation 4, weil mir so langweilig war. Das ist ja wirklich so ein komisches Spiel. Das ist wie Fast and Furious 9 im Kino, nur auf der Playstation 4 zum Zocken. Ja, Pizza, ich weiß nicht, ob du das kannst. Wir haben da bis jetzt, Jojo ist da reingekommen, hochprofessionell, Henry, Nicky, Hannes, Genaya, das sind richtig krasse Leute. Wenn ich diesen Einladungslink von der WhatsApp-Gruppe im Fanschat teilen würde, da wären dann plötzlich 90% nur komische Leute drin, die den ganzen Tag nur Stress machen oder durchdrehen, wie Aras und Maro gefühlt und das machen die ja im Fanschat schon. Deswegen das andere ist eher ein bisschen persönlicher und eine kleinere Runde. Was hättest du also davon da rein zu gehen oder da drinnen zu machen oder so? Weil raiden kann man ja in der Raid-Gruppe und da sieht man, dass ich einmal am Tag einen Raid mache. Meistens schreien dann eh 20 Leute lad mich ein und ich kann nur 5 einladen. Also dann ist es fast dasselbe wie überall anders. Es ist ja sowieso, wenn ich einen Raid poste, meistens meldet sich Shinraja, Hannes, Jojo und sagen, ich mach mit. Letzte Zeit halt Henry Nicky dann auch. Also die eigenen Leute aus Hibu, da tut sich halt jetzt nicht so viel. Und jetzt kommen fremde rein, die dann mit einem zusammenraiden jeden Tag und dem K-Joker geholfen haben und dem Pfeffi geholfen haben. Ich glaube, die sind nur wegen Pfeffi da rein, die haben gehört, was, in der Gruppe gibt's Pfeffi und dann sind alle reingekommen. Wo ist der Pfeffi? 25. Ich hol dir mal ganz kurz diese Boosterdose, die muss ich dir jetzt mal zeigen. so, jetzt da lädst du Speedy, K-Joker und Schäfer rein und nur der Schäfer ist rein. Na gut, dann nehmen wir die anderen zwei nochmal mit Andrejka und den Heiser und den Master. Dann haben wir fünf zusammen und gehen einfach nochmal zur nächsten Arena. Hier guckt doch mal, Thomas, wie schön die aussieht, ja. Diese Booster, Berry Kiss, Strawberry Cream und alles ist irgendwie... Aber, aber das Cream, das klingt mir schon wieder zu cremig. Ja, das ist ja dieser neue Trend, diese ganzen Soda-Cream-Getränke aus Amerika, die da rüber schwappen und plötzlich gibt's diese Chupa Chups-Limonaden mit Creme im Rewe, was du sonst nur im American-Shop bekommen hast, gibt's jetzt plötzlich alles hier. Sind die dann auch so cremig? Schmeckt wie Campino-Bonbon. Ja, aber sind die auch so cremig vom Trinken her? Nee, der Eise ist einfach nur wie Zuckerwasser. Okay. Geil, gell? Geil! So, ich lade jetzt mal die nächsten ein. Guck mal, ich brauch gar keinen Kopfhörer. Ich hör dich wieder auf dem Tisch liegst und ich kann ja hier rumschreien und selber hören, wie laut ich red. Jetzt ist der schon wieder an den Chips-Tüten. Adi! Jetzt ist die Frage, du solltest dem Pitzer den Link am besten privat schicken. Der muss er mich privat anschreiben. Ja, weil du weißt ja nicht, wie er heißt, aber er weiß, wie du heißt. Genau. Ich muss den Adi kurz nachdenken. Da könnte Mr. Pizza einfach mal in Telegram Maranz das raussuchen, privat anschreiben, hey, ich bin die Pizza, kannst du mich bitte essen? Das wär doch was, oder Pizza? Hä? Hast du Bock? Machst du das? Wirst du gefuttert werden? Aber ich hab jetzt eben die Küchentür aufgemacht, um die Dose zu holen und jetzt komm ich rüber und jetzt hat er schon wieder die Pommelstüte aufgerissen und hat gerade Pommels gefräsen. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat er heute die Currywurstchips aufgemacht und jetzt hat er die Pommels aufgemacht. Am liebsten würde ich jetzt alles wegschmeißen, einfach nur, weil's auf ist. Jetzt hab ich ein Alba. Er hat halt Hunger, er will alles haben. Ja, der hat erst gekriegt. Der kann nicht immer zu... Aber vielleicht, vielleicht solltest du das mal besser verstecken. Hallo Hoot, wieso soll ich verschüttet sein? Auf mir ist nichts drauf. Du bist verschüttet, du antwortest nicht, wenn man dich was fragt. Also komm mir nicht so, ne? Bei mir gibt's keine Fake News. Alles on top die Wahrheit. Das Zeug liegt da zehn Jahre und ist in Sicherheit. Und jetzt, seitdem der YouTube-Kanal ist, dreht der Adi durch und reißt einfach alles auf. Neu! Na ganz einfach, Alut. In der Gruppe, da wurdest du gefragt, ob du mitmachen willst. Kam keine Antwort vor ein paar Tagen. Ach, da ist auch eine Lösung. Wer keinen Bock mehr hat oder fertig ist, der kann ja auch einfach sich selbst löschen. Ich hab nämlich nur noch vier Leute drin jetzt statt fünf, weil einer raus ist. Funktioniert natürlich auch. Teufelchen, Glückwunsch zum Mobile. Vielleicht soll ich doch nochmal mitner zum Arzt, wenn er da so eine richtige Fresssucht entwickelt, dass irgendwas ist und deswegen er einen Bannwurm hat und deswegen muss er jetzt plötzlich so viel essen und gibt sich nicht mehr zufrieden mit seinem anderen. Man braucht ja mal eine Wurmkur. Also eine Woche lang nur Würmer essen. Habt ihr auf Telegram geschrieben? Guck mal. Ja, warte, ich guck mal auf Telegram, ja, ob mir da jemand eine Pizza geliefert hat. Du sagst, ich soll das Zeug besser verstecken. Was soll ich denn machen? Soll ich unten im Keller ein Tresor aufbauen und da alles rein oder was? oder? Teufelchen, nein, mit Mobile beziehungsweise Muggelbaum kann man nichts anfangen. In Shiny sieht Mobile recht putzig aus, aber man kann damit nichts anfangen. Ah, ABC, bin Pizza, kann ich bitte? Link. So, jetzt hab ich noch mal einen Heiser, Ketschoker, Mastegosi und Andrejka. Kann ja nur der größte Fehler meines Lebens sein. Ich schick dir mal den Link, Pizza. Bitteschön. Du weißt doch, wenn's der größte Fehler deines Lebens ist, dann mach's am einfachsten, wie wir's so schön machen, mit einer gewissen Person, kommt rein, fängt an rumzustreffen, zack, ist raus. Geht ganz leicht. Ja, das Ding ist, irgendeiner wollte mal den Link hier, den ich getroffen hab und dann ist der über den Link rein und der hat den Link wahrscheinlich genommen und überall verteilt auf der ganzen Welt, weil täglich kamen dann immer zwei, drei Leute dazu, alle fremden Nummern, keiner hat was geschrieben, keiner hat was gesagt, sich nie beteiligt und nach ein, zwei Wochen ging's plötzlich blub, 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 verlassen, verlassen, sind viele dann wieder raus. Was haben die da gemacht? Daten gesammelt für die NASA oder ich weiß es nicht. Halt Nummern, einfach nur Nummern. Okay. Braucht die Nummer. Der Pizza geht jetzt rein und macht dann Werbung für sein Unternehmen. So, ich tu mal jetzt die nächsten wieder hier rein, mal gucken, ob da noch was geht. Vielleicht singt er ja auch hier den McDonald's so, die Pizza hat, die Pizza hat, ne? Ja, Kentucky Freude schicken. Vielleicht ist er ja so krass. Ente Pizza hat, ne? Genau, du kennst die so. Das Ding ist, wenn Pizza jetzt einfach in dieser Gruppe ist und ich dann sag, yo, hier, 18 Uhr, Brücke der Technik, Ramses mal 6, fragt euch ein und dann, ich mach mit, hier mein Code und dann muss ich sagen, hab keinen Platz. Toll, blöde Gruppe, ich geh wieder. Ja, dann kann er ja immer noch in die Telegram-Rate-Gruppe rein, da gibt's auch genügend Rates, die gepostet werden. Dann braucht er sicher dann nur eintragen in die Liste und halt die Person adden. Weil jede neue Person, du kriegst auch neue Leute. Jede neue Person, die da reingeht, ist ja eine neue Person, die ich selber meistens eh nicht in der Liste hab und dann kann ich die auch nicht einladen, so. Doch, du hast doch 6 Accounts an der Arena. Irgendeiner wird schon einen Platz frei haben, ey. Ja, das macht mir es halt immer wieder neu, von Neuem kompliziert, ja. Ja, hier sind die Codes, so, zack. Genau. Ich mein, die Leute sagen, freu dich doch, wenn du uns einlädst, immer mehr, da schaffst du den Raid, aber ich schaff den ja mit meinen 6 Accounts auch so, theoretisch bräuchte ich den Raid gar nicht posten und können den einfach nur für mich machen, aber ich hab ja immer die Hoffnung gehabt, wenn ich sag, dass ich da bin und den Raid mach, dass man irgendwann vor Ort mal wieder eine andere Person sieht, aber meistens so aus Umgebung gehen alle dann über den Fan-Raid-Pass rein, ohne zu sagen, dass sie überhaupt mitmachen und das find ich halt dann auch immer kacke. Denk ich immer, ich sag am besten gar nix, weil wenn sie schon über einen Fan-Raid mitmachen, weil sie wissen, dass ich da den Raid mach, da können sie doch wenigstens in die Gruppe schreiben, bin dabei über Fan-Raid, dass du wenigstens irgendwas weißt, aber das fühlt sich dann immer dumm an. Tobi, Tobi, seid ihr fertig mit dem Raid? Dann kommt gleich der nächste hinterher für euch vier. So, der Kleine hab ich jetzt angenommen. Den hatte ich auch vorhin. Und ist er groß geworden? Ja. Wir gehen mal zu Buda. Ich lad jetzt nochmal alle vier ein, gleich in die nächste Arena. Also, ich hab jetzt immer vier. Hey, was will denn der, was will denn der Tobi auf Discord machen für Raids? Gibt's da ein neues Raid-Prinzip? Wo man was krasses machen kann? Keine Ahnung. Der Chevy hat mir gezeigt, wie da was eingerichtet wurde bei Telegram, bei denen, dass du einfach einen Screenshot von der Arena machst und tust das dann dahin. Und der Budda stellt dir automatisch eine Liste und dann kannst du über einen Knopf drucken, bist du einfach da drin. Danach kannst du noch auswerten, wenn du einen Shiny oder einen Hunderter oder sonst was bekommen hast, dass du da wieder auf einen weiteren Knopf drückst und du siehst von jedem, ob jemand was Gutes hat oder nicht, das sah alles richtig cool aus und so. Ja, aber ich finde, das ist auch wieder zu viel Arbeit, wenn du erst mal ein Screenshot machen musst, schickst es dann da rein, du machst erst mal ein Screenshot, hast das Bild einmal drauf auf dem Handy, du schickst das in Telegram rein, hast es dann nochmal im Telegram-Ordner drin, also für mich wäre das wieder zu viel Arbeit, als wenn ich einmal die Daten so reinschicke. Ich mache ja sonst eigentlich immer Listen, dass ich schreibe 15 Uhr hier zack und in letzter Zeit mache ich aber auch von der Map, ein Screen von der Arena, schicke das rein und schreibe dann dazu jemanden dabei und wenn einer sagt ja, dann schreibe ich erst eine Liste mit meinem Namen und dem von den anderen. Ist also auch alles übersichtlich. soll ich in zwei Minuten Zeit, ich lade jetzt mal ein, auch den Kleinen dazu, den Chefin, den Wanderer, den Kate Shogash, den Naja, alles dabei, alles was hier steht, genau das will er machen. Ähm, Zedrune, du musst einen der beiden Codes adden, je nachdem, willst du kein Gamma Rates, addest du den ersten Code, willst du Scaraborn, addest du den zweiten Code. Mehr nicht? Er hat doch schon lange gesagt, nachdem er die Nachricht gesehen hat, siehst du. Deswegen wollte ich es ja nur nochmal extra sagen. Hier, da kannst du dich gleich nochmal bedanken, guck. Haha. Ja, das ist ja das, was ich sage, dass bei YouTube du die Nachricht wenigstens oben anpinnen kannst und das ist doch so ein kleines Feature, dass ich nicht verstehe, wieso das hier nicht da ist. Wird Zeit, dass wir dann noch ein Nightbot mit reinbringen. Ne, der macht das dann automatisch. Bin nachdem jetzt raus. Pizza, wer bist du denn überhaupt? Bist du etwa der Wanderer? Nein, bist du bei Scaraborn drin, beim Thomas oder was? Wer ist denn Pizza? Keine Ahnung, Pizza ist Pizza. Oder ist Pizza der Kleine? Vielleicht ist Pizza auch der Kleine. Die Pizza ist auf jeden Fall die Pizza. Oder der Wanderer. Nö. Weißt du, wer der Wanderer ist? Ich weiß, ich weiß, wer er auf YouTube ist. Weil er ist der, der dir dreimal viel Geld verwiesen hat. Auf YouTube. Der Wanderer, genau. Pizza ist der Wanderer. Also lösche ich dich danach raus. Beziehungsweise eigentlich, ich habe ja eh nur, eigentlich, wenn ich keine neuen Anfragen habe, dann kann ich auch die Leute trotzdem drin lassen und einladen, um euch unter Druck zu setzen. Ihr müsst mitmachen, ihr müsst mitmachen. So, ich bin weg hier, das gebe ich mir nicht länger. Nichts. So, jetzt, oh, Mannrode. Ah, Zedrune ist jetzt Mannrode. Okay. Ihr seid ja bestimmt eh schon wieder fertig, Tobi, dann geht es gleich weiter in die nächste Arena. Es wird Zeit, dass mal ein neuer aufgeht hier. Ich muss immer zu so weit nach unten, dass bald... Ich habe keinen mehr. Ich habe einfach... Ich habe nach Pokémon sortiert. Ja, wenn ich jetzt nach Pokémon sortiere, dann müsste es auch zeigen, dass alle... dass alle schon gemacht sind. So, guck, alles fertig. Mann, Thomas, ich bin fertig für heute. Aber Jungs, das ist ja kein Problem. Da gehen wir nämlich jetzt mal in meine Lieblingsstadt, nach Budapest, hier auf die Margariteninsel, dann gucken wir uns da mal um, ob wir da ein paar... komische Viecher haben. Wenn du es nach Pokémon sortierst, dann zeigt es dir aber auch an, von wie lange die noch da sind und die oberen sind am längsten und die unteren am kürzesten oder wie oder nach was richtet sich das dann? Guck doch einfach nach. Ja, mach ich. Theoretisch nach der Distanz dann. Ach, nach der Distanz. Nach Zeit nicht. Ja, aber die Zeit ist ja wichtig. Guck mal, Pasing, ich wusste noch gar nicht, dass Pasing in Budapest ist. Okay. Na, dann gehe ich jetzt trotzdem nach Zeit. Weil das haben wir ja früher immer so schön gemacht. Der geht bis sieben, noch zwei Minuten, der geht bis sieben, zwei. Ah, das ist alles zu, zu wenig. Die sind alle schon auf, aber keiner dran und keiner guckt hin. Nehmen wir halt den. Aber ist auch wieder mit Wetterboost. Das passt also. Da hinten ist ein Scaraborn. Na, will jemand Scaraborn machen? Nein. Wo bleibt, wo bleibt der Ketchup-Oger? Du, Ketchup-Oger, schnell rein. Der Ketchup-Oger. So. Thomas, würdest du den Stream nachträglich runterladen und auf YouTube dann stellen, wenn YouTube wieder geht? Zur Vollständigkeit, dass die Leute sehen, dass wir was gemacht haben? Oder führt das nur zur Verwirrung? Ich selber nicht, aber du schon. Du selber würdest ja gar nichts machen, ich weiß. Okay, Joker wollte jetzt Mann-Rode aussetzen, weil es war ein männliches. Oh, jetzt haben wir noch mehr Anfragen. Dann nehmen wir jetzt nochmal Zitrode, Gussi-Tarit, Mann-Rode und laden nochmal Ketchup-Oger ein. Vielleicht schafft der es ja jetzt. Na, das ist mal Pupsi geschrieben. Adi hat die Pommels aufgemacht. Hm. Ja, dafür ist er jetzt in der Wuthöhle zur Strafe. So, was will der Isvo? Freu dich auf Montag, hast du das schon? Nein, Jenny, der hat da nicht mitzumachen bei Ikangama. Abgelehnt. Jetzt fragt mich Isvo, hast du das schon? Und schickt mir ein Bild von Facebook, wo einer fragt, woher bekommt man das? Ein Arceus. Dann würde ich mir am liebsten schon wieder einen Schraubenschlüssel auf den Kopf hauen. Eine Rohrzange, irgendwas. Fall in die WP? Nee, irgendwas stimmt an dem WP definitiv nicht. Gibt's noch nicht in Pokémon Go, der Verfasser lebt also hinter dem Mond. Mann, 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 Mann. Freu mich schon auf das neue Video von dir und Isvo. Am 13. kommt das. Wie ist denn der 13. 11, Mittwoch, 12, am Freitag. Freitag. Oh, Freitag, der 13. Das ist, juhu. Ja. So, jetzt, jetzt kann ich aber den Wanderer rausnehmen, denn ich habe jetzt GW Kyla. Ich wechsle trotzdem die Arena. Ja, ich finde, das war auf jeden Fall eine tolle Zeit dort. Das ist wieder was ganz anderes als das letzte. Beim letzten Mal so auf die dicken 3, Sommer, Sonne, gute Laune, nackte Möwen und jetzt auf einmal dicke Bäuche. Na gut, die gab es in dem anderen Video auch. Aber grüne dicke Bäuche und kleine Kinder rumschubsen, gefühlt im Text. Vielfraß unterwegs, Wrestling, Action. Kaboom! Will Isvo morgen Levelaufstieg machen? Keine Isvo hier. Es ist ein bisschen schwer beim Isvo. Der Isvo, der ist momentan auf der AIDA. Griechenland, Italien, Spanien und kreiselt da rum. Fünf Monate jetzt und er hat meistens kein Internet auf hoher See. Die machen immer einen Tag See, einen Tag Land, einen Tag See, einen Tag Land, aber die ersten zehn Tage muss er sowieso in seiner Kajüte bleiben und darf die nicht verlassen. Er kriegt unten drunter immer so Essen hingeschoben, drei Mahlzeiten am Tag, aber darf ansonsten nicht aus der Kajüte raus. Das sind diese zehn Tage Quarantäne, die sie da haben und nach den zehn Tagen darf er raus, wo er dann auch mal mit ans Land gehen kann, wenn sie irgendwo anlegen. Ich finde das schon ein bisschen krank, ne? Du musst zehn Tage in deiner scheiß Kajüte bleiben, weißt du, du darfst nicht raus. Was ist das dann bitte für einen Urlaub? Für was zahlst du dann? Das ist ja kein Urlaub, aber ihm nicht, gut. Ich meine, er kriegt ja dafür Geld, dass er sich dort einsperren lässt und die fünf Monate dort ist. Achso, na dann. Er arbeitet doch dort. Na, wenn das so ist. Und muss dann mit der Crew und mit den Passagieren geht er dann an Land und muss das alles dort verfilmen für das Fernsehen und fürs Zeugs, das Leben der Reichen und Schön auf der AIDA in Griechenland, Italien, Spanien, sonst was, also da haben die ihn eigen drauf angesetzt, dass er das alles so, da muss er halt jetzt durch, alle müssen durch da, die jetzt drauf sind von der Crew und da hat er halt, wenn er gerade mal oben an Deck ist in seiner Hängematte, schreibt er immer kurz eine Nachricht, ob ich ihm ein Lied runterladen kann, sonst verpasst er alles, wenn Flexis was Neues hat und Feet da was Neues hat und ansonsten ist es gerade schwer mit ihm zu kommunizieren, deswegen Levelaufstieg habe ich zu ihm auch gesagt, wäre am besten immer am Sea Day 11 Uhr, aber da weiß er ja nicht, ob er da gerade ins Spiel kommt oder was auch immer, also morgen würde er sicherlich nicht zocken, wenn nicht, mach es da einfach, wie es dir passt oder mach es am Sea Day mit allem zusammen und dann fertig, der ist dann nicht so, sag ich mal, der spielt eh nicht so aktiv, selbst wenn er zu Hause war, für den ist das alles bunde egal. Andrejka, Andrejka, bist du durch, willst du nochmal, willst du nicht mehr, weil du gerade nicht drinnen warst. Genaya, GW, Keiler sind beide hier am Start. Was hat er die Bedeutung mit Evoli von Professor Willow, wo man die Items bekommt? Ich weiß nicht, was du meinst. Was war denn mit dem Evoli? Was für Items? Evoli ist cool. Ich habe auch keine Ahnung. Evoli ist cool. So, fertig. Deswegen ist er gerade nicht so aktiv mit Geschenken. Die Videos von die Dicken sind super. Kurz pullern. Zähne putzen, pullern ab ins Bett. Ich will noch. Na dann kriegst du jetzt noch. Aber musst du alleine machen, wenn keiner dazu kommt, weil du gerade nicht mehr Trainer warst. Aufgaben form C-Day. Na ja, wirst du wieder eine 99-Cent-Forschung dann kriegen und die halt dann lösen können. Und dafür gibt es Items und irgendwas anderes. War kurz mal 0-0. Was heißt 0-0? Drei Stück, dann ist das Geld alle. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier sind ja trotzdem noch Dinger da, aber die sieht man nicht, weil da war niemand dran. Da kann ich ja mal dran. Vielleicht ist es ja zufälligerweise ein Kangama. Weil die sind ja schon auf. Ja, Teufelchen, dann frag doch mal den Schilling unter dem Video. Vielleicht kriegst du deine Antwort. Wir haben es ja nicht gesehen, ne? Ja eben, ich meine, er ist YouTuber. Wenn da die Fans Kommentare schreiben, ist es seine Pflicht, darauf einzugehen und aufzuklären, Fragen zu beantworten. Das Einzige... Also ich kenne sein Video definitiv nicht. Ich brauche es mir auch nicht angucken. Weil, für was? Die Infos kann ich auch lesen, die ich halt brauche. Das Einzige mit Professor Willow und Items und sonst was und Evoli, es gibt halt eine Forschung wieder, wie jedem C-Den, da gibt es Items. Vielleicht ist das alles schon. Wo man diesmal aus der Forschung auch ein Gletschermodul und Moosmodul bekommt, dass man garantiert dann diese zwei Glaciola und Fully Purva auch fix entwickeln kann. Wenn man nämlich sonst keins hat, steht man aufgeschmissen da. Also kriegst du halt alles mundgerecht serviert, sagen wir mal. Bei 10 Minuten mache ich die nächste Lobby auf und lade wieder meine 5 Personas ein. Ja, ich gönne mir jetzt mal ein ganz kurzes Päuschen. Ein PP-Päuschen. Power Paul, wer kennt den noch? Den muss ich jetzt suchen. War das ein Hund? Jetzt muss ich mal Power... Power Paul. Kennt ihr noch Power Paul? Ja. Hier dieses die Takes Every Show Staffel 1. Ja, sieht man jetzt hier nicht so, weil die das alles da drüben hinpacken. Zeig mir doch mal hier ein fettes Bild. Ne, zeig mir halt keins. Auf jeden Fall, das war Power Paul. So, hier das. Ist ein Hund. Sieht man ja. Ganz eindeutig, dass das ein Hund ist. Hund ist der Beste. So, wir sind jetzt bei 110 Minuten. Das heißt, wir gehen schnell wieder rein. Und tun die nächsten rein. Ich kenne nur Paul Panzer. Ja, gut. Paul Panzer ist ja ein Fabelwesen, aber Power Paul, der ist echt. Genau, wer kennt nicht Paul Panzer? Kennt man. Also, wenn ich zwischen Paul Panzer und Power Paul entscheiden müsste, würde ich den Power Paul nehmen. Der ist mir sympathischer. Obwohl, Paul Panzer, klar hat auch seine Momente, ist auch sehr beliebt, ist sehr witzig, hin und her, aber irgendwie hat man irgendwann gelernt, alles und jeden zu hassen und deswegen mag man nur noch Power Paul. Diesen komischen Superheldenhund. Es ist eine begrenzte Forschung. So. Naja, dann hast du doch jetzt die Lösung, dass... Bei mir geht's jetzt auch weiter. Ist morgen nicht auch irgendwas mit Evoli? Davon weiß ich nix. Nein. Morgen ist Mittwoch. Morgen ist Rätstunde. Ah, da ist jeder Fünfer, der aufgeht, ein Evoli. Jetzt verstehe ich das. Schon mal in Vorbereitung auf Samstag und Sonntag. Ja, begrenzte Forschung. Ich meine, es gab ja auch schon andere Seedays, wo du, wenn du die 99-Cent-Forschung gekauft hast, die hattest, aber hattest trotzdem in deinem Heute-Tab auch vier Seiten mit verschiedenen Sachen. Also gibt's ja wahrscheinlich dann zwei. Die eine, die für jeden da ist und die andere, für die, die halt die kaufen für 99-Cent. Ist ja jetzt auch nix ungewöhnliches. Sieht man ja dann, wenn's da ist. Wenn's da ist, macht man's und wenn's nicht da ist, macht man's nicht. Kannst du ja auch die Karolin Kebekus nehmen. Die ist auch gut. Ralf Schnitz. Wie, Andréka, du bist fertig. Kein Bock mehr oder hast du Shiny? Wenn ihr alle hier dabei seid mit Karolin, Kebekus und Ralf Schmitz und solange mir keiner mit Oliver Pocher hier antanzt, da bin ich, bin ich noch zufrieden. Nee, als Comedy-Person sehe ich den so gar nicht. Also ich finde den gar nicht witzig. Aber als Abschaum, da sehe ich noch ganz oben auf der Liste. Nee, egal. Das ist wieder ein anderes Thema. Da geht man ja nur darum, dass er ja eigentlich seinen Prominenten-Status ausnutzt, um andere zu mobben und richtig fertig zu machen, seelisch und einfach nur rumzulästern und zu erniedrigen und wird dafür noch gefeiert und ist einfach nur eklig von seinem ganzen Verhalten und seiner ganzen Art her. Deswegen weg mit dem, mit sowas. Solche Menschen braucht keiner. Wem wir aber noch aufzählen können, ist Olaf Schubert. Nee. Oder wird er nicht gefeiert? Nee, ja. Den finde ich lustig. Ja, der ist nicht mehr so in meinem Alter. So, nee. Er ist halt so älter. Der ist extrem speziell, deswegen finde ich den gut. Ja, seine Witze sind mir immer wie so ein bisschen flach, nee. Olaf Schubert ist super wie der sich, er drückt sich halt sehr gebildet aus, ja. Da müssen manche in dem Hirngewurzel erstmal nachhaken, was der jetzt eigentlich da meint, ja. Deswegen. Was ich halt damals auch immer richtig gefeiert habe, war Hausmeister Krause. Wen schmeißen wir denn jetzt hier raus? Mit schon die Bunze und so, nee. Mit Axel Stein. Ich tue mal den Schäfefix raus und nehme dafür mal hier wilde Schäfe. Nimm den Kate Joker raus. Den Kate Joker habe ich auch die ganze Zeit. Oh, gut. Warum aber? Der hat doch sein Ding jetzt bekommen. Ich verstehe das nicht, was der da macht. Wie, er hat sein Ding bekommen. Hat er jetzt endlich eins? Andrew Kriegensmüter Geburt, der hat sie jetzt erst gekriegt. Alles wird im Dackel. Alles wird im Club. Unser Leben für den Hund. Hund. Ja, da wird immer noch umgestottert und dann. So. Lad mal jetzt mal hier ein. Schäfe, also wenn du noch da bist. Der Kate Joker ist gerade bei mir drin. Schäfe, wenn du noch da bist, dann, ich sehe ja, wenn du neu addest, dann tue ich halt den Kate Joker raus. Weil da blicke ich nicht durch. Ich dachte, der hat das Skaraborn ja eh fertig und der hat heute am Raid gemeint, wenn er das Skaraborn scheinendlich hätte, dann würde er weiter auf Dingsjagd gehen. Jetzt hat er nach dem Raid das bekommen, müsste eigentlich auf Dingsjagd gehen, aber macht weiter Skaraborn. Ich meine, der hat ja gesagt, dass Pfevi weiter Skaraborn jagt, denn falls er ein zweites kriegt, würde er ihm eins geben, aber Pfevi hatte ja vor ihm eins. Also kann es ja auch nicht sein, dass er für Pfevi noch eins sucht, weil eigentlich haben die ja beides so. Hmm. Was hast du denn gekriegt für eine Pladin-Medaille jetzt? Champion, 2000 normale Raids, das glaube ich nicht. Davon bin ich auch ganz weit entfernt. Ich bin bei 1,2 oder so. So. Dann sag mal, Foxy, wie geht's dir? So, wilde Schnitte Genaya, das sieht gut aus. Der Karl hat dann auch keinen Bock mehr nach dem Raid. Ach, der will das andere Geschlecht auch in Shiny haben. Ja, aber da, das bringt ja nix, wenn er jetzt ein weibliches hat und macht ständig weibliche Raids, dann kriegt er das weibliche höchstens nochmal in Shiny. Ich meine, so habe ich auch gedacht, als ich drei weibliche hatte, habe ich gesagt, ich mache nur noch männliche jetzt mit den kleinen Accounts. Wenn es nix männliches war, bin ich weiter. Bei männlichen habe ich alle Pässe reingeknallt. Wenn das aber so wäre, müsste man das aber, äh, wäre das ja gut, wenn man das wüsste, damit der Thomas direkt nur männliche sucht. aber hat keiner gesagt, also ist es egal. Ja, das ist egal. So. Ja, Karl, das habe ich mir schon gedacht, als du gesagt hast, ob ich deinen annehmen kann und dann direkt danach danke geschrieben hast, weil eine andere Anfrage hatte ich ja eh nicht da. Da musstest du ja das sein, der Einzige, der da war. Genieß das, genieß die Ruhe. Wenn wir auf YouTube wieder machen und dann sind wieder hier 150 Leute im Stream und du hast wieder 50 Anfragen auf einmal, dann dauert es auf jeden Fall viel länger, bis man drankommt. Deswegen genieß das jetzt, wo fünf Leute da sind und nur eine Person eine Anfrage schickt, da geht das halt viel zügiger und schneller. Ich könnte ja ein K-Joker mal fragen. Mew, wie viel ist auch mal wieder am Start? Ich denke mal, da kommt gleich was im Chat, aber du meinst bei deinen Anfragen so gefühlt, ja? Ja. Mir geht's gut. 900. Nach dem Raid ist bei mir Schluss. Kein Shiny. Erster Kangama, direkt Shiny. Auch gegessen. Tja, ich hab damals, als die in die Eier kam, hab ich die dann einfach wild gefangen, ohne Eier zu brüten. Und als ich dann vier Shiny Tauros hatte, hab ich gesagt, jetzt gucke ich nur noch nach Kangama. Das waren noch schöne Zeiten damals, wo man noch richtig gezockt hat. Ich bin Miau, Wi-Fi. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber wenn ihr das, wenn ihr den Hausmeister Krause so gefeiert habt, dann mögt ihr doch bestimmt auch voll normal und Ballermann 6, oder? Die zwei Filme. Na, freilich. Normal, ne? Ich packe jetzt oder wie war das? Nächste hier rein. Köln-Kalkverbot, ne? So ne Scheiße, aber ey. Köln-Kalkverbot auf Lebenszeit. Ich glaube, das Bild von Bringelsmann verschwindet langsam. Das Bild von Tom Gerhard kommt rein. Was ist jetzt hier? Ist das heute Scaraborn, 10. August? Was ist denn das? Despotame Regelschlapporn? Ähm, ja, aber Thomas meinte, du hast angefragt, aber bist nicht rein. Wer denn? Wolltest, na, Gusi, David, wolltest wohl doch keins. Der edit doch eh immer wieder. Und dachtest, dachtest, es ist Palkia oder wie? Der edit doch eh immer wieder und wird immer wieder eingeladen. Und kommt dann rein oder immer noch nicht? Kann ja sein, er edit, weil er... Aber wozu kommt er rein? Ach so, naja, wieder zu schnell jetzt hier rumgemacht. Hätte ja sein können, dass er denkt, dass, dass, Palkia ist und deswegen. Jetzt ist der Kjoga allein. Oh, Schenaia. Kjoga will jetzt kein Raid mehr mitmachen. Kein Scarabon. Der hat rausgelöscht. Krass. Der traut sich was, ja. Danke für den Raid. Bye. Oh, Karl ist weg. Wilde Schnitte ist im Abriss. Ja, sehr schön. GW Kyler auch noch drin. Das heißt, einer ist übrig, der nicht da ist. Raid-Experte. Was ist denn die Raid-Expert-Medaille? Ist das nicht das, wo man verschiedene Dinger raidet? 150 verschiedene Pokémon? Ne, das ist glaube ich wieder was anderes. Raid-Experte vielleicht mit 150 verschiedenen Freunden? Ne, das sind ja 500 dann. Das sind Tausende. Ach, ich weiß es nicht. Theoretisch könnte ich der Kleine rauslöschen, aber... Raid-Experte ist, ladet 200 Mal auf der Raid-Kampfanzeige für Trainer-Folge. Was? Die Anzeige ganz am Ende, dass du jetzt den meisten Schaden gemacht hast. Ja, wieso hat die das schon voll und ich nett? Da hat sie 200. Weil sie mehr Raids macht als du. Ich mach die ganze Zeit Raids und alle kriegen immer eine Auszeichnung, da sie das größte Pokémon haben und da sie so toll aussehen und ich denke mir, verstehe ich nicht. Bist du in kleineren Lobbys, ist die Chance größer, dass du halt mit auf der Liste landest. Ah, sie macht also komische kleine Raids, ja. Naja. Und ich mach immer nur Fünfer mit dem Großen und deswegen reiß ich dann nix. Nein, in kleineren Runden, das ist es. Wenn du halt dann mal nur fünf Raider hast und du hast vier Auszeichnungen am Ende, dann ist die Chance ja wesentlich höher, dass du mit drauf landest, ne? Es gibt... wenn du in der Zwanziger-Lobby bist, dann ist die Chance halt wesentlich geringer. Es gibt gefühlt zehn Auszeichnungen, aber manchmal packen sie halt nur vier dahin. Wieso geben die nicht jede Auszeichnung in jeder Lobby für den, wo es entspricht? Nö, manchmal lassen sie halt einfach alles weg. Das musst du Niantic fragen. Pizza, meinst du mich? Oder meinst du jetzt hier ein Thomas sein, wenn du mich meinst? Warte mal. Das wäre das hier. Und wenn du ein Thomas meinst, das wäre das hier. So, und wenn du beide meinst, nimmst du das hier. Ja, aber er wollte auch extra einzeln zum Kopieren. Mega. Ich mach, was ich will. Dominik, ganz einfach, es wird nicht gespooft. Wir fahren mit dem Wohnwagen einfach von Arena zu Arena. Weißt du, wir sitzen hier nebeneinander im Wohnwagen und fahren einfach von Arena zu Arena, immer hin und her. Und Dominik, bevor du jetzt denkst, was sind das für blöde Assis, warum verarschen die mich die ganze Zeit. Das ist iPogo. Das sieht man hier an diesem Knubbelball. Das ist das iPogo-Logo. Das gibt es aber nur für iOS. Ist auch die einzige Spoofer-App meiner Meinung nach, die ein Rate-Feed hat. Von was anderem kenne ich das nicht. Deswegen, jetzt wollte ich sagen, guck mal in die Beschreibung, da ist ein Tutorial verlinkt, aber wir sind ja leider nicht auf YouTube. Bei YouTube ist das nämlich da, aber hier halt nicht. Das ist ja das Blöde. Aber, ich kann ja Werbung machen für meinen YouTube-Kanal, denn ich habe hier meine, ich habe meine Liste und in meiner Liste steht das nämlich alles da. Da gibt es hier nämlich ein Tutorial für iPogo. Habe ich ein Video dazu gemacht. Und wenn du schon mal bei dem YouTube-Kanal bist, kannst du dem gleich folgen, falls du in Zukunft mal Raids für Zuschauer mitmachen möchtest bei irgendwelchen anderen Pokémon. Denn normalerweise machen wir das auf YouTube. Wenn du dich natürlich nur für interessierst, wie du selbst Raids findest, dann guckt ihr euch das Video an und... Joa... Habe ich überhaupt eingeladen? Ja, habe ich. Ah, jetzt muss ich die Nachricht doch wieder hier suchen. Zack. Kopieren. Hier raus. Fertig. So sieht's aus. Ihr seid die Besten. Jetzt aber BB von Einzelne Scaraborn. Wenn du die Solo machst. Ja, genau. Ich werde jetzt einfach immer nur noch Solo-Raids machen und dann sage ich, ich war der Beste von allen. Du warst der Einzige. Ah, lass mich in Ruhe. Das hat auf jeden Fall dann mehr Wert. Ich kann ja mal nachgucken bei dem Großen, wie viel ich jetzt habe. Und vor allem gibt's doch auch die Medaille, wenn du mit 10 Millionen Freunden zusammen Raid machst. Eigentlich müsste die doch bei jedem Raid, den ich mach, gepusht werden. Weil wenn ich hier vor Ort stehe mit meinen sechs Handys, die sind ja alle befreundet. Wenn ich bei der Raidmania eine Einladung annehme, die sind ja alle befreundet. Also müsst ihr mit jedem Raid, den ich mach, eigentlich das dazuzählen. Vielleicht ist ja auch schon Platin und ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja auch nur Gold. Boah, ich muss doch da raus. So. Schön, dass wir noch rausgegangen sind. Jetzt will ich mal kurz hier schauen. Guru der Mega-Entwicklung, Erbfolgerin, Wayfahrer, Carlos, Bester Kumpel. Der Schilling hat 100 Beste Kumpel erreicht. Ja, ich bin bei 67. Ultraheld, Ass-Trainer, Raid-Experte. Assi-Trainer. Lande 500 Mal auf der Raid-Kampfanzeige für Trainer-Erfolge. Da bin ich bei 314. Toll. Das zählt ja. Ja, gut. Das dauert noch. Boah, wenn ich mir das hier Meister-Liga, Hyper-Liga 1000. Ich bin da bei 400, bei 300, bei 500. Also, gerade mal so bei der Hälfte bei den Sachen. Champion 1300. Champion 1300, die Cognito fehlt was. Carbador 752. Oh. Die anderen Sachen sind voll. Gewinne 2000 Raids mit einem Freund ist 2400. Also, das ist das mit den Freunden, das passt. Wunderbar. So, den Rest brauchen wir uns gar nicht angucken. Habe ich also noch ein bisschen was zu tun. Dadurch, dass ich ja eigentlich mit dem Hauptaccount nur 5er Raids mache und dann halt meistens nicht solo, sondern mit mehreren Accounts und die mir dann immer alles wegnehmen. Also, bei Ratexperte bin ich bei 94. Reicht. Und das mit Trainerhoffnung bin ich bei 1691. Also, ganz entspannt. Was war Trainerhoffnung? Das mit den verschiedenen Leuten? Richtig. Okay. Und bester Kumpel gehe ich ganz entspannt an ein nach den anderen. Guck mal, ich habe es mir schon so angewöhnt jetzt, wenn ich einen Raid mache an der Arena mit 6 Accounts, dass ich am Ende die Finger weglasse und nur noch kurz auf meinen drücke, dass der auch ja den letzten Angriff gemacht hat. Aber da ist ja meistens noch jemand anderes drin, zum Beispiel Hannes und Genaya und dann kriegt die Genaya den letzten Angriff immer und dann passt das. Ja, und da Tobi sich rausgelegt hat, da staub ich jetzt auch einfach mal die Trainee eingeladen. Mal gucken, ob ich sie bei mir auch mal reinkomme. Boah, der will das hier ganz alleine machen, den 49er. Dann soll er das machen. Dann warte ich kurz, bis dann hier ein 0 steht und lade hierzu ein zu Vizacut. Tobi ist fertig, schreibt Mary. Guck. Einfach Account gehackt. Die ist jetzt krank. So krank. So, jetzt ist es auf 0, jetzt kommt hier rein ihr, ihr klein, aber wilde Schnille ist ja eigentlich auch gar nicht mehr dabei. Bräuchte ich eigentlich auch nicht. Aber ich habe ja eh keine Anfragen. Was, da ist keine Sahneschnille mehr bei dir dabei? Nee. Wart'n, da kaputt? Wo ist die Sahneschnille? Nee. Ich will nur Kangama. Hashinaya, was ist denn los? Fliehen die alle bisher? Hast du noch keins gefangen? Mann, Mann, Mann. Oh, Kei Joga am Start. Ja, das ist ja, guck mal, du und Kei Joga, ihr macht ein Raid. Einer von euch wird sicherlich auf der Übersichtsseite landen. Mit, äh, weit angereist oder das coolste Outfit oder wenigstens mal ein Move gemacht oder die meisten Lada-Attacken oder den meisten Schaden oder sonst was. Also du müsstest ja bei sowas eigentlich immer den meisten Schaden kriegen, gefühlt. Wenn deine Pokémon krasser und stärker sind als von einem niedrigeren, gelevelteren, gehe ich mal von aus, dass deine Pokémon höher sind als die vom König. Ja, da ist, da heißt so, erst mal Namen liegen wieder. Ähm, das ist ja voll einfach, ne? Da immer drauf zu landen, wenn man den ganzen Tag nur einer Raids alleine macht. Das soll endlich mal glitzern. Bester Kumpel zwölf, siebzehn. Joa, da geht schon was. Mir gehen langsam die Ideen aus, was ich alles zu bester Kumpel noch ziehen kann. Ich habe ja die ganze Zeit versucht, jedes legendäre Hunderter, was ich hatte, zu ziehen und dann die Mega-Entwicklungen, also die Mega-Dinger, die eine Entwicklung haben, zu ziehen und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was sich da lohnt. Die Alga, Palkia? Joa, die sind ja in Bearbeitung. Rehonio? Da habe ich schon eins. Mach jetzt sechs Stück. Hast du noch 100er? Na dann. Dann hast du ja das nicht vorhandene 100er Riolu? Da habe ich schon einen 98er auf Bestbody. Aber ich mache jetzt noch einen Shiny 96er. Cognodon? Weiß ich nicht. kann ich mir mal angucken, ob es da noch was gibt. Na klar, es kann ohne mit Bodos, weißt du. 7, 19, das ist der nächste hier. Meinst du, in einer halben Stunde können wir pünktlich Feierabend machen, weil zwei Stunden reichen? Ja, natürlich. Kriegen wir hin. Und die, die... Oh, Gebi, Keiler wird jetzt Geraborn machen. Die, die das Shiny noch nicht haben, die können ja am Donnerstag noch mal zwei Stunden sitzen und machen und tun und hoffen. Gebi, Keiler macht jetzt Geraborn. Solange wie das da lädt, will ich mir noch mal ganz kurz die Musik von Raider Mittwoch reinziehen, die neue. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raider Mittwoch. Wir befinden uns immer noch in der Quarantäne. Ziemlich unscheinbar, aber dafür ist es auch nicht so aufdringlich. Die packe ich jetzt in jedes Video, was ich mache, in jedem Stream im Hintergrund, bis den Leuten die Ohren bluten. So muss man das machen. Voltenso Mega Entwicklung fehlt noch. Oh, da müssen wir schnell Voltenso Mega Raids machen. Nie wieder. Stolos. Stolos muss, hast du auch schon ein hunderter Stolos als Buddy? Als Buddy glaube ich nicht. Oh, na dann kannst du schon mal vorarbeiten. Weil ich alle, die eine Mega Entwicklung dann noch haben und noch nicht drin sind, schon vorarbeiten soll. Da müsste ich mir immer die komische Liste rausziehen, was da noch alles kommt. Kann ich Scaraborn schon mal zum Best Buddy machen und kann Gamma natürlich und ja Ich glaube, Wieso Funk habe ich mal zum Best Buddy gemacht, weil ich das voll cool fand, obwohl das keine Mega Entwicklung hat. Oh, oh, da kennt dich irgendjemand woher. Jetzt ist die Frage, erstens woher und zweitens was denkst du wie es ist. Oh scheiße, ja. Er hat es, er hat es. Und Pupsi ist auch da. Hast du YouTube gemacht? Das klingt so wie in meinem früheren Leben vor zehn Jahren hab ich mal YouTube gemacht, ja, so ein bisschen so. Ah, Lucario hat auch eine Mega Entwicklung, ja, der ist ja schon auf, der ist ja schon, ähm, ich komm nicht, also der ist ja schon Best Buddy, aber da brauche ich erst noch einen Hunderter, den ich dann auch noch machen kann. Hm, Despoter, es sind auf jeden Fall noch viele möglich. Wer ist denn hier Crazy Zinn, hä? Ich bin... Keine Ahnung, das werden, das werden wir gleich erfahren. Crazy Zinn, ich bin eigentlich nur gerade auf Twitch, weil gerade YouTube, äh, Urlaub hat, noch eine Woche. Das waren dann zwei Wochen YouTube-Urlaub und dann bin ich wieder zurück bei YouTube und mach ganz normal da weiter. Da wird es dann hier wahrscheinlich nichts mehr geben. Die Chance auf Shiny Scaraborn stimmt 1 zu 60. Nee, 1 zu 450. Ich weiß es nicht, ich also... 1 zu 68. Na, mach mal lieber 69. Ich glaub nicht, dass das die Standardrate hat. Ich glaub, die kontinentalen In-Rates sind ein bisschen erhöht trotzdem, aber ihr könnt natürlich... Zahlen sind halt nix. Wenn jetzt da steht 1 zu 20, wie bei den Legendären, kann es ja trotzdem sein, ihr braucht 100 Raids, bevor ihr da eins kriegt. Also eigentlich ist es wurscht, wenn man das vorher sieht, macht man sich nur selbst verrückt, wenn man dann über dieser Zahl ist, sagt, ey, ich hab noch keinen, so einen Betrug. Dann lieber gar keine Zahl wissen und dann überrascht tun. Hä? Das gibt's wohl als Shiny? Ich wollte doch nur 200 Raids machen für die Bonbons. Plötzlich glitzert das. Das gibt's bestimmt auch, das ist bestimmt auch schon mal vorgekommen. Fußkick und Steigerungshieb, das ist mit dem nicht richtig. Der ist mir viel zu aggressiv, der Typ da, dieser komische Kangama-Typ. Ich hab erstmal... mich erwundert, es gibt ein Mega-Firnontor, wo ist Mega-Frostetchen? Gibt's nicht. Haben sie ausgelassen. Das ist viel zu edel. Das kann nicht brutal wirken, aber für Nondor einfach nur... Das ist genial. Ja. Die sollen aufhören, hier Mega-Entwicklungen zu bringen, die edel aussehen. Naja, Mega-Ohr doch, sieht schon richtig edel aus. Bruderlander gibt es auch, ja. Bruderlander, was dann einfach... Bruderlander, ja. ...was dann einfach zwei Sicheln in den Rücken getackert bekommen und dann fliegt's weg. Warum guckt man sich freiwillig die Frau Merkel-Pressekonferenz an? Da guckt doch lieber einen Netflix-Film, schön den World Trade Center oder den Snowden oder den Anne Frank, da kann sich schön weiterbilden über alles, was früher war, weil was jetzt ist, will man gar nicht wissen. Kaufst du dir Raid-Presse auf meinem Main-Account? Ja, kaufe ich mir Raid-Presse, um Raids zu machen, weil das ist mein Hobby und meine Leidenschaft. Auf den kleinen Accounts kaufe ich meistens keine. Weil hier nutze ich ja auch keine Raid-Presse. Werfe den freien Pass in die Lobby und wenn ich dann wieder rausgehe, nehme ich den ja wieder mit raus. Das heißt, ich verschwende keinen Pass, ich verbrauche keinen Pass. Ich mache keinen Raid, ich lade nur Leute ein da dazu. Und zwar jetzt genau wieder die 4, wo wahrscheinlich trotzdem immer nur der K-Joker und die Shenaya noch hier die Bude rocken, denke ich mal. Dein Kumpel in Pokémon Go ist Kabador. Ich dachte eigentlich, dass ich vorhin gewechselt hatte. Erstmal auf Togekiss, weil ich ein bisschen Meisterliga gespielt habe und danach auf glaube Ile Voltec, weil das in der Reihe von den Best Buddies schon wieder zu weit hinter gerutscht ist auf dem Weg. Deswegen nehme ich das, dass das wieder vorne ist in der Reihe, damit das alles nicht so durcheinander kommt. Lucario Shiny. Ja, dein Lucario ist drin. Dann ist es Lucario. Ja, weil ich doch gesagt habe, genau, ein Shiny Lucario wollte ich jetzt noch hochziehen, auch um da noch ein paar Bonbons, XL-Bonbons vielleicht zu kriegen oder zu erlaufen oder irgendwas. Denn eins ist Best Buddy, ein normales 98er und das ist ein 96er Lucky Shiny. Ich weiß nicht, was ich sonst großartig nehmen soll, deswegen packe ich das jetzt nochmal mit rein. Braucht auch nicht so viel zum Laufen. So, Shinaya K. Joga. Wer zuerst eins hat, der ist raus. Ich habe aktuell die Yalga. Die Yalga habe ich schon, der war schon erregt heute, deswegen musste ich eh wechseln. Der war schon erregt, okay. Ja, stellt sich dann immer auf die Hinterbeine. Dein Kumpel, deinen Film schaue ich mit dir. Boah. Das, jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen. Nur weil Sandra alleine ist gerade, darf sie keinen Film gucken und muss sich die Frau Merkel reinziehen. Weil sie kann ja nicht einfach einen Film gucken, ja. Obwohl, wieso denn? Du kannst doch die Filme gucken, die ich letztens geguckt habe, wo ich zu dir gesagt habe, den kannst du ja mal gucken. Zum Beispiel dieser Just Mercy mit mit dem Creed Darsteller und mit dem Darsteller von Django Unchained, ja. Das war auch ein richtig guter Film, also eigentlich war es ein richtig gemeiner, ekliger Film über Rassismus und Scheiße in Alabama. Aber ist auch alles wahre Begebenheit, da siehst du wieder wie es zugeht. Sowas finde ich eigentlich immer sehr interessant, damit man noch mehr Hass und Wut mit sich rumschleppt. So, 7,38 gehen wir da hin, warten kurz und können dann auch wieder öffnen. Wir haben ja eh keine neuen Anfragen, also ist egal. 35 Sekunden hier und dann start mal in den. Shiny Togepi, okay. Hookfob ist auch am Start. Crazy. Crysin. Ich denke immerzu, dass es Crazy O, weil der Name so ähnlich aussehen. ja, Shiny Togepi ist auf jeden Fall auch ein sehr begehrtes Pokémon bei vielen. Hat ja der, wer war es denn? Der 1,2,3-Kit ist wegen dem Shiny Togepi so übelst abgegangen, glaube ich. Ähm, ja. Und unbedingt Shiny und Shiny mit Blumenkranz und dann das gleich Best Buddy machen und Lucky und, ah, hin und her. Schlaf. Ja, Pupsi, das Ding ist, die Filme, die wir geguckt haben in letzter Zeit, die gehen ja auch fast alle so zweieinhalb Stunden auch der Snowden-Film oder der World Trade-Sender-Film oder, ne, das ist schon, das ist schon heftig alles, was man sich da reinzieht. Bei welchem Film war Pupsi am Ende noch wach? Mh. Oh, erst mal lange überlegen. Herrlich. Das kann sie dir selber sagen. Hör vor euch was für Altes sagen. Pupsi, erzähl mal. Vielleicht will sie ja nicht, dass ich sage, was sie so für Filme guckt, ja. Gib Adi, Schatz, einen Kuss. Das ist gerade nicht möglich, denn der ist gerade in der Wuthöhle eingesperrt. Habe den Scaraborn-Account geedit. Können mich bitte einladen. Joa. Joa. Demnächst gleich. Hast du so viele Anfragen? Nö, aber ich lade immer nur die fünf gleichen ein. Was interessieren mich denn die neuen Anfragen? Ich nehme auch neue Anfragen an. So einer ist das, ja. Also Kangama haben wir freie Bahn. Kangama sind theoretisch zwei Leute, die ich gerade immer wieder zur nächsten Arena mitnehme. Und die anderen kommen nicht rein, sind nicht mehr da. Also theoretisch drei Leute könnten beim Kangama gerne dazukommen, aber Kangama ist halt nicht so cool. Ist ja auch nur eine Mutter mit Kind. Die Leute wollen lieber einen Kampfkäfer, der komplett ausrastet. Und dann rosa wird und da freuen die sich. Ach, das ist total. Jetzt hat er seine Anfrage bekommen. Sie ist auf dem Weg. Eight laps. So, Skaraborn kommt auf jeden Fall zu dir geflogen jetzt. Habt das mit Blumenkranz? Was man ja nicht entwickeln kann, wo sich viele geärgert haben, aber ich fände so ein Toggekiss, Level 50, 100%, Shiny, in der Meisterliga, sieht halt doof aus. Ist schon edel. Sieht doof aus, ist schon edel. Ja, da wisst ihr mal wieder, wie die Meinungen auseinander gehen. Ist schon edel. Deswegen ist es scheiße. War schlimm genug, dass man Evoli mit Blumenkranz Shiny entwickeln konnte und da deswegen so viele Shiny Blumenkranz Evolis gebraucht hat, bis man da alle Entwicklungen in Shiny mit Blumenkranz hat. Da wäre es gut gewesen, wenn man das auch nicht entwickeln kann. Zum Glück gab es das Evoli mit dem Partyhut Shiny nicht als Entwicklung dann noch, sonst wäre das nochmal komplett ausgerastet. Achso, die habe ich ja gerade eingeladen. Habe ich eingeladen, habe ich eingeladen, habe ich eingeladen, kann ich weg. Alter, Wetter ist kaputt. Kommt Wasser von oben runter. Was hast du kaputt gemacht? Ich glaube, ich muss mir hier diese, ach, hier, Man and Woman muss ich mir jetzt mal angucken, was das für ein Raid ist. Weil an die Man and Woman Arena traut sich keiner ran, also gehen wir da hin und gucken. Und Kuzi Darit schafft es wieder nicht in sein Raid rein. Ach, ist das schön. Jetzt sehe ich immer noch nicht, was das für ein Raid ist. Und es ist ein Scatterborn in der gelben Arena. da müssen wir schnell weg. Oh, auf die letzte Sekunde hat es Kuzi Darit geschafft. Siehste, der wollte es nur spannend machen. Aber wirklich letzte Sekunde. Und es ist ein Überraschung Kankama. So, der ist noch drei Minuten da. Es ist ein Pokémon. ein bisschen knapp. Wenn da das Handy mal abstürzt, dann können sie es nicht mehr fangen. Das heißt, ach komm, wir gehen auf Nummer sicher, wir suchen uns einen anderen. Wir haben ja genügend Auswahl, ihr seid vielleicht eh gerade noch am Kämpfen. Ich finde das Spiel nur cool, sich die Zunen Eier zu nehmen und zu testen, was da drin ist. Hast du das auch schon auf Level 50 gezogen? Fountain in the middle. So, und es ist ein Simsala. So funktioniert das aber nicht. Ich habe mich heute echt gewundert, in der Meisterliga, da waren so viele unterwegs, die kamen mit Mewtwo an und ich mit beim Togglekiss habe einfach die Mewtwos alle zerstört, weil die Mewtwos hatten alle so 4100. Ich habe keinen gesehen mit 4700. Keiner hatten 50. Wenn die Dialga hatten, auch alle so 4000 oder einer mal mit 4.1, aber keiner mit 4.5, also da kann man schon ordentlich was machen. Ja. Ach, sechs. Selbst bei Togglekiss kommst du rein und die kämpfen mit, was weiß ich, 3000 und du kämpfst mit gefühlt 3400 fast und dann weißt du, yeah, ich bin ne Boss. Die können mir alle nichts. Meiner hält durch. Genau. Meiner darf eher angreifen, meiner darf eher seinen Move machen, meiner bringt deinen eher zum Umfallen, also ist schon ein sehr gutes Gefühl. Bin jetzt glaube ich Rang 21 oder irgendwas und ab jetzt macht es keinen Spaß mehr. Weil du jetzt nach jedem Kampf, selbst wenn du fünf Kämpfe gewinnst und kriegst gefühlt 15 Punkte dafür und weißt du brauchst danach verlierst du in zwei ganzen Sets vier von fünf Kämpfe und darfst die Punkte wieder runtergehen. Das ist sobald es die Punkte gab, das geht mir haar genauso. Das geht mir haar genauso. Da kriegst du mal Punkte dazu, weil du mal vier oder fünf Kämpfe gewinnst und danach zwei komplette Abstiegsrunden wo du die Punkte richtig schön verliert. So, anscheinend habe ich noch zwei Leute, die richtig mitreden wollen. Also lasse ich nur mal die zwei drin und haut den Rest raus und er sitzt mal gegen neue Leute. Ja, richtig Tobi, morgen ist wieder Raidmania mit der Liste da. Wo man einladen kann und kann Raidmania Punkte verdienen, die dann Ende des Monats immer ausgewertet werden und ein Gewinner bestimmt wird. Bisher gab es ja eine, das ist dann die zweite. Das ist aber schon traurig, dass du jetzt keine Infovideos hochladen kannst. Es kommen sogar noch mindestens drei Stück, weil es gibt ja eine zusätzliche Ende August an einem Montag. Die hat auch keine auf dem Schirm. Gut, warum? Was muss ich denn ankündigen? Naja, du weißt ja, gerade ja jetzt die Belohnung, weißt du, mit der Anzeige von den Pokémon kannst du ja jetzt so nicht bringen, ne? Die musst du eindeutig dann, die bildlichen musst du in den nächsten Monat mit rein nehmen. Ein halber Monat geht nicht. Was für eine Belohnung mit Anzeige der Pokémon? Die Raid Mania Belohnung, wer auf dem ersten Platz war. Naja, das habe ich doch in die Telegram-Gruppe geschrieben, den aktuellen Stand und dann sieht man das halt. aber die, die vom letzten Monat gewonnen haben, wann hast du diesen Monat ein Infovideo rausgebracht? Genau, deswegen musst du ja den Gewinner vom letzten Monat in den nächsten Monat mit rein nehmen. Wieso denn? Das ist ja sonst ein Nachteil. Der Letzte warst doch du mit den drei anderen und du der Einzige, der sich gemeldet hat. Das wurde doch aber schon erklärt in dem Max Out Monday Video, was am Monat kam und genau danach bin ich gesperrt worden. Also das wurde doch aufgelöst und wurde alles gesagt und auf null gesetzt. Ja, aber dadurch, dass du ja so wenig Infovideos jetzt machen kannst mit dem Pokémon in dem Video, musst du sie im nächsten Monat trotzdem noch mit rein nehmen, dass du im nächsten Monat zwei hast. Nö. Die Infovideos, die ich gemacht hätte, mache ich doch trotzdem, die kommen halt nur später. Aber trotzdem sind es die gleichen Infovideos. Den Teil drei muss ich auch noch ankündigen, ob ich das jetzt gemacht hatte, als es rauskam oder ob ich das dann jetzt am Montag oder Dienstag mache, wenn ich wieder frei bin. Es fängt ja dann erst an dem Freitag an, also habe ich es eh schon davor und es ist das normale Infovideo dann da dazu. Ansonsten weiß ich gar nicht, was es großartig für Infovideos gibt oder gab. Ich meine, in der Raidmania an sich ist das ja im Hintergrund zu sehen. Die werden ja trotzdem aufgenommen. Das sieht man hier. Das wird dann nachträglich hochgeladen. Das ist wichtig. Du hast die Sachen ja dann trotzdem alle da. Es ist jetzt nicht so, dass einer auf irgendwas verzichtet komplett. Ist halt bei dir nicht up to date. Aber du hast dich ja eh da reingeschmuggelt, weil eigentlich gab es vier und du hast einfach gesagt Endon und dann war es das. Es gab ja gar keine Abstimmung, gar nichts. Genau und das war genau am Montag bei Max Out Monday. Da habe ich das Endon reingepackt und habe es erklärt. Und dann zack war es vorbei. Vor allem ich habe das Video hochgeladen und wollte einen Thumbnail machen und während ich das Thumbnail gerade gemacht habe, wurde der Kanal gesperrt. Und dann konnte ich, als ich das Thumbnail reingeladen habe, konnte ich es nicht abspeichern. Das Video durfte ich aber veröffentlichen, obwohl der Kanal gesperrt war, weil es schon hochgeladen war. Das Thumbnail durfte ich aber nicht abspeichern, weil wenn du eine Sperre hast, funktionieren keine Streams und keine selbst gebastelten Thumbnails, aber es war ja zum Glück schon oben. Also ein bisschen komisch gewesen. Schlimmer wäre es gewesen, du lädst es gerade hoch und dann drückst auf Veröffentlichen Falsch, Sperre und nichts. Was? Jetzt habe ich Nein! Aber das ging ja wenigstens noch raus. So. So. Ich weiß nicht, wie weit ihr seid, deswegen schmeiße ich einfach nochmal hier die nächsten da rein. Sind ja immer nur vier. Ich habe geguckt, ob ich eine neue Anfrage habe. Ne, habe ich nicht. Sehe ich gleich. Anton ist super. Bin bereit. Ein Video hier auf dem Schirm. Bin Rang 13. Richtig Sobi. Alter, was ist denn mit mir los? Alles klar, Zamzes? Da wollte ich, ich wollte extra nicht respektlos sein und nicht hinschreiben richtig Heisel, sondern wollte einfach wirklich richtig Tobi sagen, damit er es sieht. Ich mache mich nicht über ihn lustig und nenne die Katze beim Namen, das Pferd im Stall und dann schreibe ich Sobi oder was. Also jetzt wirkt es erst recht, als würde ich mich da lustig machen. Dabei ist das, wenn das Mikrofon vor der Tastatur steht, du siehst deine eigenen Hände nicht mehr und dann passiert sowas und dann steht da Zobi. Zobiris. Tobi ist ein Zobiris. Bin 20, bin 13. Obwohl ich sagen muss, ich fand das sehr, als ich Rang 20 wurde und ich habe dann ein Fünfer-Set gespielt, da habe ich zwei von fünf gewonnen, was richtig schlecht ist und bin trotzdem direkt auf 21 stiegen. Und von 21 auf 22 zieht es sich jetzt ewig, obwohl ich zwei, drei Sets Fünfer komplett gewonnen habe und bei dem einen nur drei, aber es tut sich halt kaum was. Und da habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Wenn du nur zwei gewinnst, verlierst du Punkte. Also drei musst du im Minimum gewinnen und wenn du dann vier gewinnst, kriegst du mehr Punkte, bei drei kriegst du ein paar Punkte, vier mehr, bei fünf kriegst du halt noch ein paar mehr. Ja, aber selbst bei fünf ist es so wenig, dass ich mir denke, wie soll man denn auf die 25 kommen, wenn man schon 50 Matches gewinnen muss komplett, um erstmal auf die 22 zu kommen und dann... Du musst halt immer fünf gewinnen, weißt du? Dann wird es ein bisschen mehr. Ja, aber dann hast du ja auch noch das Cap, dass du nur 25 Kämpfe machen kannst am Tag und dann, wo du gerade gut dabei bist und nächsten Tag ist schon wieder alles anders. Am Ende hast du jetzt auch nur noch drei Wochen, ne? Ich meine, mein Ziel war ja einfach nur auf die 20 zu kommen wegen der Top-TM, aber die gab es ja eh schon bei 19, also wäre es ja da eigentlich schon vorbei gewesen. Mehr war es ja nicht. Aber es war ja diesmal leichter auf 20 zu kommen, oder? Wie bei Minicap, wo du leichter hinkamst, hieß es doch diesmal auch, dass die Anforderungen geringer sind und man weniger gewinnen muss und durch normale Spielen schon schneller dahin kommt, also heißt es beim nächsten Mal, in der nächsten Season, wenn wieder alles normal ist, wird es schwieriger wieder auf die 20 zu kommen, wie jetzt. Außer du sagst, nö, es war so wie immer. Dann bin ich guter Dinge, dass ich es beim nächsten Mal vielleicht wieder schaffe, auf die 20 zu kommen und mir jetzt immer mal diese Top-Lade-TM zu holen, weil das ist schon wichtig, sehe ich gerade. Bei den ganzen Drachen, die dabei sind, wäre es ja eigentlich auch richtig cool, ein Level 50er Mewtwo zu spielen, mit Eisstrahl, weil das relativ schnell einsatzbereit ist, aber dann müsste ich ja entweder Spukball oder Psychostoß wegmachen, was halt voll kacke ist. Ja. Was ich extra mit Top-TM dahin mache, um es jetzt wieder wegzunehmen. Theoretisch, für die GBL brauchst du keinen Psychostoß. Aber alle, hä, jeder, der gegen den ich gekämpft hat mit Mewtwo hat einen Psychostoß. Ja, aber gegen was wäre Psychostoß, gegen was wäre da drin ein Psychostoß, aber effektiv? Weil wer kämpft in den hohen Rängen mit einem Pflanzentyp oder Kampftyp, da wo es wirklich brauchbar wäre, ne? Ich habe mit Doggekiss gekämpft, das hat die Hälfte meiner Energie weggezerrt. Ich habe meistens zwei Schilde benutzt und dann war das Mewtwo weg, ich hatte kaum noch Energie und habe danach die Drache schnell noch weggemacht. Psychostoß da oben Das ist voll kompliziert hier, sich daraus jetzt eine Kangama zu suchen. Vielleicht hätte ich nicht die zuhänden Eier jetzt nehmen sollen. Ah, Thomas ist weg. Ich habe es gewusst. Ich hätte nicht die zuhänden Eier nehmen sollen, ich hätte die offenen Eier nehmen sollen. Aber da sind keine mehr da, also müsste ich nochmal woanders hin. Denn es sind ja noch fünf Minuten eigentlich. Hier, nix. Naja, dann gehen wir mal kurz nach. Nehmen wir Sander Cruz Spanien, dann sind wir trotzdem wieder da irgendwo in der Ecke. Drei Stück schaffen wir bestimmt noch. Das ist finde ich gut, Thomas, weil, Achso, nee, du hörst mich ja nicht, aber ich höre trotzdem alles von dir und vor allem dein Klimbern auf die Tastatur. Aber das hört er ja nicht, weil er mich ja nicht hört. Moment, lass mich erst mal kurz hier rein, sofort. 7,44 passt. Das ist genial. Habe ich jetzt eine neue Anfrage dabei? Ne, habe ich nicht. Also schmeiße ich euch jetzt gleich hier rein. Warte, ich zeige es euch erst. Jetzt ist die Arena nämlich gerade gekommen. Machen wir es auch wieder öffentlich. Vielleicht kriegt ihr noch ein paar Mitstreiter, damit die Schenaya nicht so viele Punkte bekommt. Obwohl ist ja egal, sie hat ja jetzt eh schon Pladin. Da ist ihr das ja egal, wenn jetzt jemand anderes abstaubt. So, dann mache ich das halt ganz weg und dann mache ich es wieder drauf. Dann bin ich im Falschen und dann komme ich jetzt wieder hier rein und dann mache ich wieder so und dann mache ich wieder hier und dann mache ich wieder da und dann sage ich Hallo. Jetzt hören wir sehr kurios. Ich habe sogar dein So gehört und dann warst du weg. Ja. Du solltest vielleicht wirklich mal die Discord App auf dem PC endlich mal runterladen, dass vielleicht solche Fehler nicht wieder vorkommen. Ne? Damit man dich nicht 99% der Zeit hört, sondern 100%. Okay. Richtig. Das ist doch jetzt nicht so ein Störfaktor gewesen. Das ist doch sehr lustig. Ich habe mich köstlich amüsiert, ja. So genau. Aber wo wir vorhin bei WWE 2K20 waren, fällt mir gerade ein, ich zocke abends das jetzt immer ein bisschen, da gibt es in dem Story Mode ein Kapitel, das heißt die Four Horse Woman. Man kennt ja die Four Horsemen und das sind dann die Four Horse Woman, als die bei NXT durchgestartet sind, da Becky Lynch und Sascha Banks und Charlotte und Bayley und jetzt haben die die Pferde halt ja vor allem Sascha Banks, jetzt haben die auf jeden Fall so einen eigenen Story Modus und da musst du ja diese Matches von denen nachspielen und das ist so blöd gemacht. Da steht da, mach den und den Move mit der und der dort und dort. Aber während du liest, was da steht, wirst du einfach nur umgebracht. Also muss ich jedes Mal, sobald ich ein, was gelöst habe, direkt Pause drücken und dann im Pause Menü mir Match Ziele raussuchen, muss das in Ruhe durchlesen und das ist so kompliziert erklärt und die Steuerung und die Moves und was da alles geht, ich muss mir das fünfmal durchlesen und dann arbeitest du dich da von Stück zu Stück zu Stück zu Stück durch und dann kommen die anderen und pinn die verloren, musst alles noch mal machen und du denkst, das kann doch jetzt nicht sein, da spielst du schon auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad und immer jemand versalzt dir die Suppe und du denkst, hey, das ist so nervig, am liebsten würde ich das übertragen, jeden Abend auf Twitch dann WWE zocken, aber ich weiß ja nicht wie und ich habe auch keine Capture Card, damit die Leute sehen, wie ich mich da anstelle, diesen Four Horsemen Modus durchzumachen. Denn ich verstehe das immer noch nicht, eine Capture Card überträgt ja im Prinzip dein Playstation-Gewusel an dein Programm und du kannst das dann hier drauf spiegeln und du spiegelst das. Ja, ganz einfach, ich habe ja theoretisch die Switch bei mir an der Capture Card und die Capture Card an meine Grafikkarte gemacht. Somit erkennt das OBS über die Capture Card die Switch. Ja, aber eine Switch, ich meine die Switch kannst du theoretisch ja einfach auf den Tisch stellen bei dir und kannst zocken. Richtig, das hängt da einfach ganz normal drinnen. Ich habe einen Joystick in der Hand und zock ganz normal. Aber die Playstation, die steht ja da drüben, ich sitze eigentlich auf dem Sofa, zocke dort auf dem Fernseher. Aber hier ist ja mein PC, hier ist mein OBS, hier ist meine Kamera, hier ist mein Mikrofon. Dann brauchst du einfach ein langes HDMI-Kabel. Ne? Du schickst ja das HDMI-Kabel von der Playstation dann rein in die Capture Card und dann geht ein HDMI-Kabel halt wieder raus. Du brauchst halt ein langes HDMI-Kabel. Ich meine, es erschließt sich mir so weit, dass wenn ich den Bildschirm von da drüben vom Fernseher hier übertrage auf den PC sozusagen, dass ich das hier sehen kann und weil ich es von hier auch abscreene und ich hier sitze und mache aber dann steht die Playstation immer noch da drüben wenn ich hier sitze und da drauf drücke geht das Signal um die Ecke und macht da drüben rum ja das ist schlau das kennst ja oder muss ich die Playstation dann hier neben mich stellen und den Fernseher hier auch neben mich stellen und dann habe ich zwei Bildschirme und einen Fernseher und dann baue ich alles um. Brauchst du ja nicht. Du siehst ja dass das Bild eh im OBS Ja. Also also ist der Rest ja eh egal. Gut also hole ich mir eine Capture-Card dann sitze ich mit dem Controller hier und mache die ganze Zeit ach weil da drüben irgendwas passiert aber ihr seht was da drüben passiert weil ich ja hier sitze und sehe auch hier was dort ist. Richtig weil wenn ich zum Beispiel mit jetzt Pokémon Unite streame schaue ich es mir selber nur im OBS an weil selbst wenn ich mir den Stream angucken würde der ist so zeitversetzt da kannst du einfach nicht spielen aber OBS ist halt 1 zu 1 wie mit dem Monitor So Deswegen könntest du ja wenn du Langeweile hast dann auch das WWE von der Playstation auf Twitch streamen ne könntest du auch mal da kriegst du hier andere Zuschauer als auf YouTube No wenn ich mal abends einen Netflix Film dort gucke ne kannst du auch direkt am PC auswählen musst du ja nicht über die Playstation App hier captchern ne kannst du direkt hier am PC gucken ok ich gebe es auf alles gut so es ist 20 Uhr ich würde sagen wir machen noch einen Abschluss Rate ne ich lade nochmal ein hier der kleine der Kate Joker die Shania du kannst ja auch einen Filmstream machen während du den Film guckst könnt deine anderen Zuschauer den auch schauen und ihr könnt live miteinander kommunizieren wie ihr was findet ja aber die sehen über meinen Bildschirm den Film oder ich darf nur meine Fresse zeigen und den Chat und die müssen den Film selber auch in dem Moment gucken die müssen den Film selber auswählen anstatt dass er einfach ja sagt das ist ja das was ich bei Martin Guerrero immer so interessant fand weil der Martin Guerrero ja auch immer sagt er zockt jetzt erstmal Playstation 4 und spielt alle Matches von dem aktuellen Pay-Per-View der abends kommt auf der Playstation 4 und direkt danach wenn der Pay-Per-View losgeht die WWE Großveranstaltung können die mit ihm zusammen gucken aber er selber darf ja die Großveranstaltung nicht übertragen sondern jeder guckt bei sich und das ist nur der Chatraum wo die sich nebenbei austauschen aber das was sie gerade bei sich sehen aber die nur ihn sehen und er nur den Chat sieht und das war's er guckt also für sich und hier schreiben die Leute nur jeder würde dann den Film so auf sein Bild dann selber übertragen und man könnte halt dich dann noch dabei sehen wie du ihn selber auch gleichzeitig anschaut und halt dann den Chat aber für sowas würde es sich dann eher lohnen wenn du den Chat nicht noch extra mit reinmachst weil ja dann wieder Teile vom Film weggehen weil den Chat siehst du ja so oder so selber den hättest du dann nur nicht nochmal extra im Bild wie Jens YouTube hat das wohl auch ich dachte bisher dass dieses kleine Bild was man dann überall drüberlegen kann auf dem Handy wenn man gerade was anderes macht ich dachte das gibt es nur bei Twitch und bei YouTube gar nicht aber wenn er sagt bei YouTube muss man das bezahlen dann gibt es das also bei YouTube auch nur dass das kostet vor allem welches Bild naja wenn du jetzt auf dem Handy Twitch guckst und du gehst von der Seite weg und gehst nebenbei in deine Nachrichten und schreibst kurz was anderes dass du dieses kleine Streamingfenster oben hast und hörst das und kannst es verfolgen ohne dass du direkt da drin bist vielleicht ist das ja dann YouTube Premium dass du das dann so hast dass du das da na klar das gibt ja auch dann dieses dass du Musik abspielen kannst ohne da also sobald du die Tastensperre reinmachst oder sobald du was anderes zurück ist ja immer gleich alles aus aber durch YouTube Premium kannst du dieses Fenster überall verfolgen von YouTube das kostet und bei Twitch ist das kostenlos aber es gibt doch bestimmt viele YouTube Premium Kunden und deswegen merken die gar keinen Unterschied zwischen YouTube und Twitch weil die das eh bei beiden haben weil sie sowieso YouTube Kunden sind und Premium bezahlen weil sie keine Werbung wollen wieso habe ich jetzt einen Kangawa Raid gemacht wenn es jetzt shiny ist dann verlosen wir es am Dienstag heute ist Dienstag unter allen die hier im Stream sind dann lass erst mal gucken was es ist dann verlosen wir es zwischen Kate Joker und Shania weil die beide mitgemacht haben und es ist ein es ist kein shiny das ist nix das hat 80% da hängt noch ein Baby im Beutel und dann hüpft das ich würde wenn ich Kangama wäre und ich habe ein Baby im Beutel dann würde ich doch nicht hüpfen viel zu groß die Gefahr dass das rausfällt oder eine Gehirnerschütterung kriegt aber egal meine fünf Leute lade ich jetzt auch noch zum letzten Mal ein und bin dann auch durch als Lurch doch ich kann euch gleich nochmal die habe ich wirklich keine Anfrage nicht dass ich jetzt einen extra da habe nö gut passt ich kann auch ich kann euch gerne nochmal die Hintergründe zeigen die wir heute zur Auswahl hatten da haben wir das Modell was ich gewählt habe wohin da hier natürlich einfach da eine wilde Graffiti Sprayerin mit Hotpants ist Thomas guck dir das genau an bevor ich es weg mache so dann haben wir ja die schlichte Variante von Scaraborn aber die kennen wir doch Scaraborn das ist die das ist die Uschi von Team Skull die kennt man schon ich kenne die nicht ich kenne keinen Team Skull ich kenne gar nichts weiß doch dass ich nichts kenne dann haben wir hier die schlichte Variante wo man Codes hätte hinschreiben können damit die auffallen aber das ging auch ohne Codes und dann haben wir die übertriebene Variante einfach nur wo die Hälfte einfach nicht mehr im Bild ist aber wenigstens ein Mega Scaraborn das hätte man dann so machen müssen aber ich finde da die Aufteilung blöd da finde ich die Aufteilung auch blöd deswegen haben wir uns entschieden für jetzt kommt es nein deswegen haben wir uns entschieden für so das war es richtig wir machen Ramses Raids demnächst wer einen Ramses fangen will der kommt in den Ramses Raid Stream ist schon wieder vorbei mit der lustigen Lustigkeit heute so und ja doch ich finde die Smileys dumm weil die sehen gar nicht aus wie Smileys weil das alles nur weiße Joker Masken sind gefühlt und Smileys sind für mich halt rund und gelb fertig mehr Nisch und nicht sowas weißes hier jetzt hat irgendjemand geedit warum auch immer ähm Premium das meine mega schön Miningen ein schönes Geschenk aus Miningen das muss ich mir mal angucken so dann würde ich sagen war es das eigentlich von heute morgen gibt es die Raidmania wo wir Palkia raiden also ich mich einladen lass wieder ihr Raidmania wer Punkte kassieren können die ich auch wieder nachträglich auf YouTube stellen muss damit die Leute nachvollziehen können wer Punkte gekriegt hat und wer nicht und ob es ein Shiny gab ob es ein Hunderter gab ob es sonst was das ist auf jeden Fall wichtiger als das hier obwohl ich das wahrscheinlich auch hochstellen werde ich werde YouTube sowas von überfluten und den Algorithmus so komplett zerstören das werdet ihr nicht glauben äh und am Donnerstag können wir das Ganze nochmal machen für die Leute die immer noch Bock auf Kangama haben und das Shiny suchen und für Leute die immer noch Bock auf Skaraborne haben und die Woche drauf können wir das Ganze vielleicht auf YouTube machen und dann mal den Unterschied feststellen zwischen Twitch und YouTube mit Zuschauern und ohne Zuschauern das ist eine schöne kleine gemütliche Runde gewesen da konnte man viele Rates machen das hat einen Vorteil aber ich will ja weiter wachsen und mich nicht irgendwie verstecken deswegen müssen wir das dann anders machen danke an Thomas auf jeden Fall möchtest du noch was sagen zum Abschluss noch was loswerden Grüße an jemanden oder so Ciao mit Au den grüßt du okay dann Grüße an Ciao mit Au ähm ja dann euch schönen Abend noch natürlich Master Gossi das ist doch hier vom Knossi der Bruder der große Bruder das ist das ist die Gossi aus dem Fanshit die einen extra Account jetzt auf Twitch gemacht hat nur damit sie gut mitreden kann mhm Master Gossi ja und Jenny hat eine Einladung ja 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 okay gut dann passt das alles guckt euch doch mal die heftigen neuen Pokédex Einträge an diese ganzen kontinentalen Pokémon die da sitzen dieses Jiu Testu und hier dieses Tosca das gibt es ja bei uns gar nicht also hier unten so ein Schicki ist schon ein Gen 8 Starter oh mein Gott ja Spaß das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal Peace Out Synchronisierung Stoppen Haut so oh ja das auch noch zu jetzt sieht man schon wieder die Olle hier an der Graffiti Wand gleich die Polizia rufen Peace Out Vorhaut euer Ramses und Thomas Tschüss Tschau